So, ja, würde ich sagen, Stapellauf kann beginnen, Folge 132 vom Stonewalls-Lego-Podcast. Mein Name ist Rick, dein Name ist nicht Rick, sondern Lukas und damit herzlich willkommen zu dieser Folge. Ja, hallo, Lukas hier. Ich bin auch vom Stonewalls-Lego-News-Podcast. Bist du auch vom Stapel gelaufen? Ja, heute wird hier wirklich einer vom Stapel gelaufen. Ich bin froh, dass wir heute die Folge aufnehmen, dass wir noch den Stapellauf der Titanic ein bisschen mit bequatschen können. Das hätten wir gestern noch nicht gekonnt. Deshalb finde ich das sehr, sehr gut, dass wir heute einen Tag zu spät sind. Aber ansonsten schon mal sorry dafür. Ja, Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Intro ab. All about the Stonewalls-DE-Podcast to the world! Welcome to the Stonewalls-DE-Podcast. The finest Lego-Radio-Station on the planet. With Lukas, Kurt and Rick Team. Your girlfriend's favorite podcast. From Wuppertal to the Galaxy. And now, here is your host. Nicht, dass das wieder vergessen wird. Ich habe übrigens überlegt, wir müssten tatsächlich einfach so über diese Wuppertal-Geschichte, müssten wir so eine Siri-Stimme drüber machen, die den neuen Standort ansagt. Das fand ich lustig. Also eigentlich hat Timo, ist ja für das Intro verantwortlich. Und der hatte schon mal, glaube ich, einfach so eine unmotivierte Sprachnachricht eingesprochen, wo er einfach so sagt, siegen. Aber die habe ich noch nicht. Deshalb konnte ich das noch nicht darüber legen. Und ich finde, eigentlich muss das Timo machen. Nur will ich den damit nicht nerven. Deshalb ist jetzt noch ein bisschen Wuppertal. Offiziell ist es auch tatsächlich, also das Büro ist und bleibt erst mal noch in Wuppertal. Ausgründen. Punkt. Und ja. Das heißt, das kann ruhig noch so bleiben, das Intro. Und dann schauen wir im neuen Jahr, schauen wir da mal weiter, ob wir dann auch mal offiziell die Adresse von Stonewalls ändern. Aber aktuell ist halt einfach, ich bin viel im Homeoffice, aber ansonsten fahre ich hin und wieder jetzt noch nach Wuppertal ins Büro und ja, mache das von da aus. Ja, ist denn das besonders klimaneutral? Nein, es geht einfach, also. Wusstest du, dass Vodafone klimaneutral anbietet? Entschuldigung. Ich wollte jetzt gerade den, den reinen, ich mache jetzt mal den reinen Gag. Also, falls das Finanzamt zuhört, mein Arbeitsmittelpunkt befindet sich nach wie vor in Wuppertal. Aber das war natürlich jetzt nur ein Gag und hat in keinster Weise was mit der Realität zu tun. Wow. Also natürlich, faktisch befindet sich natürlich mein Arbeitsmittelpunkt wirklich in Wuppertal und definitiv gar nicht in Siegen. Nein, also mal ganz ehrlich, ich habe ja einfach noch kein neues Büro gefunden und eine Gewerbeummeldung ist zu einem 1.1. einfach immer ein bisschen einfacher als irgendwie so mittendrin zwischendurch. Übrigens hat gerade versucht der Jens mich anzurufen. Ich hätte den ja fast im Podcast dazu geholt, aber ich glaube, das hätte nicht funktioniert. Oder, warte mal, könntest du, wenn der jetzt einfach in unser Gespräch reinkäme. Dann ist der auf meiner Aufnahme, ja klar. Ich kann ihn ja mal fragen, ob er da zu bereit wäre. Ja, komm, spontan Überraschungsbesicher. Finde ich gut. I like it, I like it, I like it. Naja. Ich hoffe, dass meine Spinne heute wieder nicht so spinnt. Und wir haben gerade festgestellt, dass meine Spinne ein bisschen wabberig im Netz ist. Und ich hoffe, dass ich diesmal nicht so klogdange. Es ist ein richtiges Wort, sehr klar. An dieser Stelle kurz ein bisschen Podcaster-Profi-Fachwissen. Bei der Spinne handelt es sich um so eine Konstruktion aus Bändern, die das Mikrofon so lommelig in der Luft hält, damit das nirgendwo gegenstößt. Richtig. Und wenn das Netz dieser Spinne, die das Mikrofon hält, also die Mikrofonhalterung, wenn die nicht mehr so ganz so tight ist, dann macht das manchmal klanggedanggedang. Und darüber haben sich ja Hörer ein bisschen echauffiert und ich habe nicht verstanden, woran das lag. Und jetzt habe ich halt festgestellt, dass das irgendwie nicht so war, wie es sein sollte. Und jetzt habe ich... Sagen wir mal so, du hast dein Mikrofon einfach schon kaputt gepodcastet. Es ist einfach zu intensiv gepodcastet worden. Und dementsprechend, ja, das müssen wir vielleicht mal eine neue Spinne organisieren. Naja. In der Spinnerei besorgen wir die. Was ist denn jetzt mit Jensemann? Ich mache hier so Holz, Holz, Holzlein, Übergänge. Ja, nee, ich soll ausrichten. Nee, die Nachbarn stellen mir gerade eine Wand raus oder sowas. Ich wollte ihm jetzt krass nur Bescheid geben, dass ich jetzt erstmal Schluss mache. Ah, okay. Also er wollte eigentlich nur seinen Feierabend anmelden. Dann wollen wir ihn dem auch lassen. Ja. Der hat so viel Arbeit gesteckt heute in den Titanic-Artikel. Dann sei ihm der Feierabend auch gegönnt. Und ja, hier, apropos, also nee, mal weg von Lebensmittelpunkten in Siegen und Wuppertal und Umzügen, der übrigens immer noch super stressig ist, aber dazu gleich ein bisschen mehr. Hin zu, eigentlich sind wir ja ein Lego-News-Podcast, aber wir sind ja auch ein Mitmach-Podcast. Bei uns kann man immer ganz wunderbar in die Kommentare schreiben und mitdiskutieren oder die Shownotes lesen. Und das geht für die nächste Folge auch wieder mithilfe eines Kurzlinks. Den tippt man einfach so radadadadadad in den Browser ein. Und zwar stnw.rs slash Folge 132. Und damit landet man bei einem Blogbeitrag, wo dann alles eigentlich steht, wie man so mitdiskutieren kann und worum es in dem Podcast geht. Und mit ein bisschen Glück gibt es dann auch irgendwann wieder Timecodes dafür, so David will. Und ja, genau, wenn man das nicht eintippen möchte in den Browser, geht man einfach auf stonewars.de slash podcast oder einfach auf stonewars.de. Klickt oben im Menü auf den Reiter Podcast und dann landet man auch irgendwie da. Ja, klickt sich zur aktuellsten Folge durch. Da findet man dann alles. Und ja, so Kommentare geschrieben haben wir in den letzten Wochen. Zwei Wochen, stimmt. Wir hatten ja eine Woche Pause. Also wir zwei zumindest. Und dann gab es ein Interviewformat zwischendurch. Aber da haben viele Leute in die Kommentare geschrieben und deshalb wollen wir da auch ein bisschen drauf eingehen. Ja, und tatsächlich gibt es nicht nur Leute, die im Blog kommentieren, sondern auch auf YouTube, wo auch der Podcast verfügbar ist, wenn ihr denn unbedingt den auf YouTube gucken, hören, sehen, lesen wollt. Und da hat klein Johnny aus der Schweiz, aus der wunderschönen Schweiz übrigens eins meiner absoluten Lieblingsländer, kommentiert. Und wieder mal eine schöne Folge von euch beiden. Hatte vor zwei Wochen leider einen Unfall beim Kugelstoßen. Bekam leider eine 4-Kilo-Kugel an den Kopf und musste ins Spital geflogen werden. Großen Dank an euch zwei. Ihr habt mir die fünf Tage im Bett wirklich ein bisschen kurzweiliger gemacht. So kann ich seit letzter Woche auch behaupten, 131 Folgen Stonewars-Podcast gehört zu haben. Grüße aus der Schweiz von Jonas. Alter Schwede, gute Besserung gehabt zu haben und gehabt zu bleiben. Alter Schwede, 4-Kilo-Kugel. Das ist normalerweise so eine Portion Eis von mir gewesen, aber an den Kopf will ich hier auch nicht liegen. Nee, natürlich nicht. Oh Gott, oh Gott. Ja, dann gute Besserung in die Schweiz. Aber gut, mich wundert das nicht, wenn man eine 4-Kilo-Kugel vom Kugelstoß an den Kopf gekriegt hat. Da muss man froh sein, wenn man danach nicht so durch den Wind ist, dass man anfängt, wie Spielwareninvestor zu hören oder so. Also von daher bist du ja ganz gut weggekommen. Liebe Grüße nach Bardo-Dingsda nach Norden irgendwo. Ich glaube, Bardo-Klick heißt es. Bardo-Klickbait. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Caro schreibt noch in die Kommentare. Huhu, habe gerade euren Podcast abonniert. Muss ich jetzt den alten Ventilator nehmen? Du hast den Kommentar drin gelassen. Ich habe dir eben gesagt, guck mal durch die Kommentare, verstehst du ihn? Wo haben wir wieder einen Witz mit dem Ventilator gemacht? Und ich verstehe es nicht. Habe ich nicht Ventilator gesungen? Ja. Ventilator. Nein, bitte. Oh Gott. An dieser Stelle unterbrechen wir den Stormwurst-Podcast. Auf unbestimmte Zeit. Ja. Die Ohren müssen sich erholt. Ich weiß jetzt auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ähm, Caro, Mensch. Ja, nee. Du darfst auch deinen neuen behalten. Es gibt noch einen Kommentar von Stübrig. Was schreibt der denn so? Stübrig schreibt, Mittwochabend. Da legt man sich nach vier anstrengenden Nachtdiensten lümelnd aufs Sofa, freut sich auf Entspannung dank der pulssenkenden Stimmen der zwei Protagonisten. Ähm, oder jedenfalls durch eine derselbigen. Hehehe. Und dann das. Ortsausgangsschild Wuppertal. Wucherskandal Billund. Weinkrämpfe on Air. Eine Podcast-Therapie wurde lediglich durch tiefen entspannende Non-News im Ideas-Kosmos vermieden. Notiz an mich selber. Vor dem Hören des Stonewalls-Podcasts, jemals von Wuppertal to the World, seelischen Beistand durch die Hashtag-Beste-Community klären. Ja, die Hashtag-Beste-Community sind natürlich die Stonewarane. Übrigens, ich hab jetzt auch, weil ich war jetzt seit langem nochmal in Wuppertal auch, nein, ich bin täglich in Wuppertal im Büro. Was erzähl ich denn hier? Hab aber seit langem nochmal in die Post geguckt. Und da war ein Paket, was ich auch von den Stonewaranen bekommen hab. Vielen, vielen Dank. Ich glaub, ich hab sogar zwei Sachen bekommen. Ich hab die eine nur leider nur halb auspacken können, weil es irgendwie so, du hast dann so ein Paket, nimmst es mit nach Hause und dann sitzt du zu Hause in so einem Berg von ohnehin schon 100 Kartons. Und hast dann so einen weiteren und stellst es so dahin und sagst, jetzt sind's 101. Noch einen Karton mehr, den du auspacken und wegräumen musst. Scheiße. Aber das hat mich sehr gefreut. Und ich hab jetzt eine... Wieso darfst du denn jetzt eigentlich im Podcast über Geschenke reden und ich nicht? Doch, weil das ist ja was, was ich irgendwie besonders erwähnt bin. Ich hab auch zwei Pakete von den Stonewaranen bekommen und bin sehr, 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 sehr mega happy darüber und feier die sehr. Ähm, ich hab aber natürlich auch auf Instagram geteilt. Zumindest das eine. Das andere hab ich nicht geteilt. Ähm, aus Gründen, die was mit Katzen zu tun haben. Okay. Mehr kann ich darüber nicht erzählen, sonst wird Stefan wieder wuschig. Wuschig. Gut. Äh, dann überspiele ich das einfach mit dem nächsten Kommentar von Heinz Suppenschmidt. Immer noch ein sehr guter Name. Hallo Lukas, hallo Rick. Der Damm ist gebrochen. 20 Folgen, keine Kommentare und jetzt in kurzer Zeit gleich zwei fast hintereinander. Vorab möchte ich nur fragen, kann es wirklich sein, dass es nur 4% österreichische Hörer sind? Darauf kurze Antwort. Bei den Hörern weiß ich's, glaube ich, nicht. Bei den Lesern waren's irgendwie 4%. Das sollte geändert werden. Auch nur so wenige Leser aus Österreich auf eurer Seite ist von euch eigentlich ein Affiliate-Link mit Smithtoys geplant. Ja, du bist wahrscheinlich neu. Also ja, du schreibst seit 20 Folgen keine Kommentare. Also erst seit 20 Folgen dabei. Wir hatten mal eine ganz tolle Affiliate-Partnerschaft mit Smithtoys. Aber der Herr Smiths höchstpersönlich wollte das nicht mehr, also nicht wegen uns oder so, sondern weil, ja, der das mit dem Affiliate irgendwie nicht mehr so gut fand, weil anscheinend irgendwelche Gutscheinseiten geschrieben hatten, Mensch, 50% Rabatt auf alles bei Smithtoys. Und dann die Leute im Laden standen und gesagt haben, aber das Internet hat gesagt. Und dann hat er gesagt, warum sagt denn das Internet sowas? Stimmt ja gar nicht. Und dann haben die irgendwann das Ganze mit dem Affiliate-Dings abgeschafft und haben ihr Affiliate-Programm geschlossen. Dementsprechend haben wir dann auch die Bewerbung da ein bisschen nicht komplett eingestellt, aber natürlich stark zurückgenommen, weil das auch einfach so ein bisschen, ja, für uns natürlich ziemlich uncool ist. Ja, für uns auch halt Arbeit macht, wenn wir sowas regelmäßig machen, die sich halt weder für den einen noch für den anderen lohnt. Also weder für uns als Protagonisten noch für unsere Hörer als Bärendienst, wo sie ja im Prinzip auch nicht helfen. Also Smithtoys hat uns dann halt ja auch mitgeteilt, dass sie halt nicht mehr wollen, dass Leute eigenständig unabgesprochen quasi Inhalte online stellen. Das können die uns natürlich nicht verbieten und wir machen das auch bei guten Angeboten. Aber im Prinzip hätten die gerne, die sprechen ab, was online gestellt wird und dafür wird man dann pauschal bezahlt. Und das ist einfach was, was wir grundsätzlich nicht machen. Also das lehnen wir halt ab und deshalb gibt es da halt so nichts. Also so kann man das ganz grob zusammenfassen. Und deshalb haben wir das halt mit Smithtoys nicht mehr, weder halt mit Deutschland noch mit Österreich oder so. Vielleicht kommt das mir irgendwann wieder. Das hängt von Smithtoys ab, aber naja. Genau, dann schreibt er noch unter anderem, vor allem das Thema Preiserhöhung hinderte mich daran einzuschlafen. Was mich aber fasziniert ist, was ihr für eine Macht habt. Das für einen kleinen, in Anführungsstrichen, deutschen Blog ist echt spannend. Da könnt ihr echt stolz auf euch sein, was ihr geschaffen habt. Und was ihr mit dem Artikel ausgelöst habt, ist echt beachtlich. Jein, also ich fand, das war jetzt nicht unbedingt eine Sternstunde von unserer Seite. Aber ja klar, wir haben natürlich mittlerweile zumindest in der deutschsprachigen Lego-Community eine gewisse Reichweite und uns auch, glaube ich, im Großen und Ganzen einen guten Ruf erarbeitet, was so Informationen angeht. Und natürlich liegen auch wir mal daneben mit irgendwelchen Dingen oder interpretieren etwas falsch. Allen voran zum Beispiel das Thema Baseplates, wo wir gleich nochmal kurz drüber sprechen. Da gab es nämlich ein offizielles Statement von Lego, wo zwar die Infos, die wir grundsätzlich hatten, stimmten. Die Interpretation dieser Infos unsererseits aber einfach daneben lag, muss man auch ganz offen und ehrlich sagen. Und ja, deshalb, gut. Naja, gehen wir auf die nächsten Kommentare ein, wir sprechen ja gleich noch über die Baseplates. Ich würde nur noch hinzufügen, komm auf die helle Seite der Macht. Das ist ein Star Wars-Zitat. Ja. Referenz. Referenz war das Wort, was ich suchte. Nicht Zitat. Und dann Beitrag. Du meinst, weil er was von Macht geschrieben hat? Ja, genau, genau. Und weil wir Stone Wars heißen, was ja eine Referenz von Star Wars ist. Ach, daher kommt der Name. Und ich habe das all die Jahre nicht gemerkt. Ja, du hast gedacht. Ich bin aber auch ein Dummerchen. Du hast gedacht, da fehlt ein D, gell? Stoned Wars. Ja, genau. Okay, und am Beitrag im Blog gab es auch Kommentare. Und Peter Schroff, immer wieder wunderbar, wie sich Rick Off-Topic in Rage redet und Lukas eigentlich schon lange zum Thema zurück will und dann nur noch einsäbig antwortet, um nicht mehr Off-Topic zu provozieren. Aber weder die kleinen Zeichen, ähm, 1,56,15, noch der Wink mit dem Zaunfall, 1,56,30 wird man Rick auch nur irgendwie berücksichtigt, sondern gleich noch ein Ausflug zu Cruella hinten dran gehängt. Besser geht's nicht, ja. Das ist Leser-Service. Ja, also ich finde wirklich, das ist, ähm, eine der akkuratesten Beobachtungen, die jemals ein Hörer in unserem Podcast gemacht hat. Und ich hoffe ja schon immer, dass das nicht auffällt, aber natürlich passiert das, das wird dir ja auch manchmal passieren, dass wenn ich was erzähle und du das in dem Moment halt super uninteressant findest, dann ist man auch so, man denkt dann ja, also, ähm, man versucht sich ja selber in die Hörer hineinzuversetzen oder, oder macht das automatisch sozusagen. Und dann denke ich, naja, wenn, ähm, wie soll ich sagen, wenn ich das jetzt nicht interessant finde, dann finde das gerade auch kein Hörer interessant. Und manchmal fehlt mir dann auch der, äh, also manchmal schaffe ich's damit, voll motiviert und kann dann so das aufgreifen oder irgendwie den Ball zurückspielen, dann manchmal bin ich dann einfach nur so, Hä? Ja. Okay. Ja, aber manchmal ist, ist etwas, das ist wirklich eine Schwierigkeit am ADHS, um mal so in Medias Res zu gehen oder in, in, äh, Medikamenten Res. Also ich nehme ja keine Medikamente dagegen, aber das Ding ist halt, wenn du, wenn in meinem Gehirn sich ein, ein Gedanke festsetzt, dann ist es manchmal so, dass der raus muss. Ich hab wirklich, ähm, für die Hörer ist das jetzt was Neues, aber für dich ist es bekannt, ich hab vor dieser Folge tatsächlich Sachen rausgesagt, weil ich die sonst in der Folge gesagt hätte und die will ich nicht in der Folge gesagt haben wollen. Aber sie waren einfach in meinem Kopf und ich muss die dann im Prinzip Sprechdurchfallen. Logorö, hab ich quasi. Ja. Okay. Ähm, Gerrit G. schrieb in die Kommentare. Etric, dafür, dass du immer wieder betonst, wie nah du einem Cineasten kommst, sind deine Filmtipps meistens ziemlich für die Tonne. Birds of Prey hab ich deinetwegen trotz der einheitlich schlechten Kritiken doch eine Chance gegeben, aber er war leider wirklich grausam. Trotzdem natürlich ganz viel Liebe für das dynamische Podcast-Duo. Und auch da, ich muss ja sagen, hab ich mich ein bisschen ertappt gefühlt, hab ich auch schon mal gedacht. Also gerade bei Cruella, wo du sagst, das ist so ein toller Film, da war ich so, nee. Nee, der ist halt wirklich einfach Standardkost. Sorry. Das Ding ist, und das hab ich wirklich sehr, sehr ausführlich, ähm, äh, in die, in die Kommentare geschrieben. Ich hasse Cineasten. Ich finde immer Leute, die anfangen von, boah, das Pacing war hier richtig gut und boah, die Lore ist toll erzählt. Ich weiß nicht mal, was das bedeutet, verdammte Kacke. Ich weiß nicht, wie der Regisseur, ähm, sein Hund mit Vornamen heißt und, äh, wie, wie die Beleuchterin, äh, dritten Grades, äh, mit wem auch immer verwandt ist. Das interessiert mich nicht. Ich weiß meistens nicht mal, wer, wer, der, der Regisseur von dem Film ist. Mich interessiert das einfach nicht. Re, 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 Se, 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 Se. Das Wort heißt, Re, Se, Se. Was hab ich gesagt? Nein, du hast, glaub ich, Re, Se, 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 Se. Ich wollte einen Gag machen mit dem Nukula. Das Wort heißt Nukula. Ähm. Nur um das ganz klar zu machen, für alle Hörer, die hier zuhören, Bruce Willis ist für mich der größte Schauspieler aller Zeiten. Der größte und beste und tollste Held aller Zeiten. Ist aber allerdings auch der einzige Hollywood, äh, ähm, Schauspieler, mit dem ich jemals persönlichen Kontakt hatte und, äh, Videochat geführt habe. Und zwar völlig privat und völlig unabhängig von allen anderen Sachen. Einfach, weil der eine Apple-E-Mail-Adresse hatte und, ähm, in iChat Leute angeschrieben hat. Früher, vor zig Jahren, ähm, und ich eine davon war. Warum auch immer. Keine Ahnung, ihr fandet meinen Namen interessant. Ähm. Und, äh, für mich ist Die Hard der beste Film der Welt. Und auch alle Erweiterungen. Ich weiß, wie schnell, wie schlecht Die Hard, äh, 4 und 5 sind. Aber ich liebe die einfach. Das ist, Actionfilm ist das, was ich am liebsten gucke. Dexter ist meine Lieblingsserie. Ich hab noch nie Indiana Jones gesehen. Find jedes Mal, wenn ich davon irgendwelche Sachen sehe, total belanglos. Ich liebe, äh, liebe Jason Sattem und, äh, The Rock. Das sind meine, äh, Platz 2 und 3 Lieblingsschauspieler. Ich mag, äh, Fast and Furious, sogar die, ähm, Hobbs, äh, Filme. Ich mag Herr der Ringe nicht. Ich mag den Hobbit nicht. Ähm, ich bin kein Cineast. Ich bin wirklich monsterprimitiv, was, was Filme angeht und auch Serien. Ich sag nur, was mich gut unterhalten hat. Okay. Ich bin kein Cineast. Ich bin kein Kritiker. Und ich bin nicht, äh, verantwortlich, wenn mir jemand glaubt, wenn ich sage, das war geil. Ihr müsst das im Verhältnis setzen. Wenn ihr wisst, Die Hard, Bruce Willis, Beste der Welt, dann setzt das in Abstufung mit den Sachen, die ich sage. Ich hab zum Beispiel, zum Beispiel, äh, jetzt, gestern kam, ähm, äh, 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 Natascha Romanoff. Wie, wie heißt der Film? Black Widow, genau. Äh, hab ich gestern gesehen und hab gedacht so, ah, der ist aber schon ziemlich ernst. Der ist schon ziemlich düster. Der ist nicht so lustig wie zum Beispiel Ant-Man. Und mir war aber gestern einfach mehr nach Ant-Man. Trotzdem fand ich Black Widow super gut. Also, ich fand den als Film ganz, ganz toll und ich hätte den in einer anderen psychischen und mentalen Situation noch lieber gesehen als gestern. Gestern war mir so ein bisschen nach lustigem Marvel, äh, ähm, und weniger nach DC zumute. Apropos gute Marvel-Sachen, ich will das jetzt hier in aller, in aller, aller Kürze nur sagen, aber, ähm, Marvel What If ist so eine gute Serie und wenn man da, also die letzten zwei Folgen sind absoluter Oberhammer. Richtig, also Marvel dieses Jahr einfach perfekt, was die mit Serien gemacht haben. Unfassbar gut. Das wollte ich eigentlich nur kurz sagen. Da möchte ich ganz kurz auch reingrätschen. Ich hab eine Folge What If gesehen und hatte bis jetzt nicht das Bedürfnis weiterzugucken, obwohl ich die okay fand. Ja, genau, und das ist der Fehler. Ja, genau, und du musst, also du musst die weitergucken und jede Folge für sich war am Anfang nix und dann am Ende war bei mir so, pfff, das ist schon ziemlich cool. Ähm, weil das gar nicht so, also man hat ja das Gefühl, das ist alles so allein und egal. Und dann guckt man weiter und merkt so, ach nee, aber mehr will ich nicht sagen. Das Lustige ist, dass, ähm, im Prinzip die Terrifying Tales, also die Lego Star Wars Horrorgeschichten, die ja jetzt auch veröffentlicht worden sind, so einen ähnlichen Ansatz haben. Also sie erzählen halt drei große Geschichten, die komplett falsch sind. Die sind halt falsch. Also jeder, der sich im Star Wars Universum auskennt, weiß, das sind Gruselgeschichten, also die sind fake. Ja, schon klar, also, aber ich fand es trotzdem gut. Ich fand es richtig gut. Ich fand, das war wirklich meine Lieblings-Lego-Star Wars, ähm, äh, Kurz, Kurzfilmgeschichte-Dings. Ja, wobei ich den zwischenzeitlich auch durchaus ein bisschen gruselig fand. Also klar, das wird immer wieder gebrochen, aber, also jetzt nicht für mich wirklich, aber wenn ich halt dran denke, okay, das ist ja eigentlich für Kinder gemacht. Dann finde ich das schon teilweise, hätte man als Kind, äh, vielleicht sich ein bisschen gruseln können. Ähm, sehr lustig. Was ich kurz, ich hab, wir sind, ja. Ja, ich will auch trotzdem noch was sagen. Ähm, ich hab, äh, jetzt vor ein paar Tagen mit einem Freund, ähm, äh, von den Philippinen ausgesprochen. Und, ähm, dessen dreijähriger Sohn guckt auch Horrorfilme mit. So, die sind da einfach anders, ja, auf den Philippinen. Hm. Die sind da abgehärtet wahrscheinlich. Für die ist das kein Problem. Aber ich glaube, da gibt's auch nicht diese Helikopter-Eltern auf den Philippinen, die dann, äh, über alles wachen. Hm, ja, keine Ahnung. Würde ich jetzt nicht machen, aber gut. Ich, äh, ich auch nicht, aber. Ich will nur, ja, ich will mich nur aufgrund deines Kommentars auch noch ein paar weiteren Kommentatoren anschließen. Du solltest dringend mal die Indiana Jones-Filme sehen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Und jetzt kommen wir zurück zu den Kommentaren. Ähm. Kaligo Schroob nämlich. Höre gerade die neue Folge von Fest und Flausch. Ich habe direkt am Anfang kurzzeitig gedacht, ich bin beim Star Wars Podcast. Böhmermann ist der neue Manipulator. Dam, dam, dam. Ähm. Ich habe die überhaupt nicht gehört bisher. Äh, ich habe schon lange irgendwie keinen Fest und Flausch nicht mehr gehört. Ähm, bitte darauf nur mal Bezug nehmen. Ging's da um Lego? Dann sag bitte noch mal, welche Folge. Dann will ich nämlich auch mal kurz hören. Ich finde es immer witzig, wenn Böhmermann über Lego spricht. Ähm. Ja, genau. Und dann schrieb noch Star Wars Stefan einen Kommentar. Ich will hier einmal meine Enttäuschung kundtun darüber, dass ihr über das neue Lichtschwert-GWP so lieblos hinweggestiegen seid. Voll gemein. Äh, ja, sorry. Wir gehen da noch mal ganz in Ruhe drauf ein, wenn es dann auch Bilder gibt, über die wir auch wirklich sprechen können und die wir euch auch zeigen können. Und dann, ähm, glaube ich sowieso, wenn wir dann über den AT-AT mal irgendwann sprechen, äh, und das zugehörige GWP, dann wird das toll. Da freue ich mich drauf. Juhu. Ich würde sagen, damit sind wir durch unsere, ähm, ähm, Beteiligung der Hörer durch, gehen aber immer noch nicht über zu Lego, sondern wir lassen uns ein wenig therapieren. Ähm, ja, äh, da habe ich viel Bedarf in der letzten Woche. Ähm, ich, äh, also, ich habe ja eben schon gesagt, wir sind jetzt noch mitten im Umzug, deshalb bin ich gerade wirklich, also jetzt so, äh, abseits von so einer Podcast-Therapiestunde bin ich gerade wirklich unendlich gestresst und, ähm, hab Schwierigkeiten damit immer noch nicht so richtig irgendwo so zu sein, wo man richtig leben kann. Sondern es fehlt noch ein Kleiderschrank, es fehlt, es fehlt noch irgendwie drei Möbelstücke, ähm, es sind noch ganz viele Kisten, die halt einfach rumstehen, überall liegt Müll, überall ist, es sieht halt einfach aus wie, äh, wie auf einem Granatenwurfstand, würde meine Mutter sagen. Ähm, und das geht mir langsam so ein bisschen auf die Nerven, deshalb bin ich gerade ganz froh, ich bin jetzt kurz aus der Wohnung geflüchtet hier für die Podcast-Aufnahme, weil da ist auch noch viel zu hallig und so, ähm, und. Was, du wohnst jetzt auf der Hallig? Ja. Okay. Aber, wir hatten jetzt, ähm, einen Tag, wo wir einige Techniker im Haus hatten, und zwar waren eigentlich für den Tag, äh, zwei, also ein Handwerker und ein Elektriker bestellt, und dann kam noch ein, äh, Internet-Techniker dazu, woraufhin dann erst mal, ähm, glaube ich, auch Jens mich fragte, wen hast du eigentlich bestochen, dass du wirklich jetzt an einem Termin, so kurz nach dem Einzug, drei Handwerker in deinem Haus bekommst, ähm, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, ich glaube, das liegt daran, dass, äh, meine Vermieterin hier, ähm, ja, mehr als ein Haus hat, und deshalb, wenn die einem, einem Handwerker sagt, und du hast da jetzt auf der Matte zu stehen, dann kommt er halt auch, weil da, dass nicht nur eine Vermieterin ist, äh, von einer Wohnung, sondern halt eben so quasi eine riesige Auftraggeberin in der Umgebung, ähm, ja, und es hat trotzdem eine private Vermieterin, und die kümmert sich halt um Dinge. Das ist halt ziemlich cool gewesen. Auf jeden Fall, ähm, wir sind da, Darf ich ganz kurz, ist das nicht sogar so gewesen, dass du, äh, hinterher, ähm, dass sogar vier von drei Technikern da waren? Das wäre, das wäre jetzt Teil der, der folgenden Geschichte. Ah, okay. Wenn du mich, wenn du mich ein bisschen erzählen lässt, ähm, also die Vorgeschichte der ganzen Sache war, dass wir eigentlich einen Handwerker brauchten, weil die Terrassentür nicht richtig aufging. Also irgendwie wurde ein neuer Fußboden verlegt, ähm, in der Wohnung, bevor wir eingezogen sind. Dabei wurden auch ein bisschen die Fußleisten nach oben gesetzt. Das hat dazu geführt, dass einfach die Terrassentür immer so gegen die, äh, die, die Balkontür so gegen die Fußleiste gestoßen ist. Und da haben wir halt gesagt, okay, das, äh, stört uns jetzt nicht so sonderlich doll, aber, ähm, wir machen die halt so auf Dauer kaputt. Wenn da jemand kommen könnte, wäre das super. Und, äh, genau, ist ja eine neu vermietete Wohnung. Ähm, da hat die Vermieterin auch direkt gesagt, jo, fixen wir. Kein Problem. So, und das war der erste. Und das war eigentlich auch ein sehr unkomplizierter Termin. Da dachte ich, okay, da kommt jetzt recht schnell, dann macht er das auch. Und, ähm, der hat dann irgendwie noch unser Siphon repariert, was auch noch kaputt war, weil das war so ein, weißt du ja, so ein Typ für alles. Der kann alles. Und, ähm, das war dann schön. Und der zweite Techniker, das ist ein bisschen eine, eine unangenehme Geschichte, warum der kommen musste. Also es ist jetzt so, dass ich, ähm, zum ersten Mal in meinem Leben auch über eine Garage verfüge, aber diese Garage ist, glaube ich, entgegen aktuellem Baurecht. Äh, ich weiß nicht, wie das ist. Mir hat noch jemand gesagt, dass man das eigentlich so nicht darf. Aber die besitzt keine Tür. Das heißt, die hat vorne ein Tor. Und das kann man halt mit so einem Drücker öffnen. Und neben dem Garagentor ist so ein, so ein Schlüsselding, wo man mit dem Schlüssel rein kann. Wenn man den Drücker nicht hat, dann kann man halt mit dem Schlüssel das Garagentor aufmachen. Und dann gibt es hier den Fall eines Stromausfalls. Von außen noch einen Schlüssel direkt am Tor. Da zieht man dann, da dreht man, so ein Schlosszylinder raus und dann kann man an so einem Seil ziehen. Und dann wird quasi der Motor vom Tor abgesprengt. Also, also abgemacht, damit man das Tor von Hand hochziehen kann. Okay. Und schon bei der Übergabe wurde mir irgendwie gesagt, ja, hier bei dem elektronischen Schloss, das geht irgendwie nicht so richtig. Aber hier, sie haben ja schon mal den Drücker und für den Notfall gibt es ja oben dieses, dieses Dingsschloss, womit sie reinkommen, wenn mal irgendwas nicht geht. Und da hatte ich nicht so richtig drüber nachgedacht und bin dann einen Abend so mit dem Auto in die Garage gefahren und hab dann gedacht, naja, dann lass ich den Drücker ja im Auto, weil da braucht man den ja eigentlich immer. Bin also, stand in der Garage, Autotür noch offen, hab auf den Drücker gedrückt, Drücker schnell ins Auto geschmissen, Tür zurückgeknallt und rausgegangen aus dem Auto, äh, aus der Garage und da ging das Tor hinter mir runter und ich hab mir auch gar nichts bei gedacht, bis ich am nächsten Tag dann eigentlich, ähm, zu einem Familienessen fahren wollte und da war es so, ach nee, stimmt, der Drücker zum Öffnen der Garage ist jetzt ja im Auto und der Schlüssel soll ja angeblich nicht funktionieren, hm, eher nicht so gut. und hab dann gedacht, gut, dann, ähm, muss ich wohl jetzt, weil ich muss ja weg, muss ich wohl diesen Notfallschlüssel nehmen, um, um die, äh, das Tor halt manuell öffnen zu können und dann würde ich diesen Notfallschlüssel da reinstecken, den ich bei der Übergabe bekommen hab ja und der, passt nicht. Und dann stehe ich wirklich vor der Garage, die hat keine Tür das elektronische Schloss funktioniert nicht und oben das manuelle Schloss, da hab ich keinen Schlüssel für, weil der einfach, der, 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 der Makler hat mir bei der Übergabe den falschen Schlüssel gegeben und dann rufe ich die Vermieterin an und sag so, ja, ist jetzt natürlich blöd, dass ich sie am Sonntag störe, tut mir auch leid, aber, ähm, ich komm nicht mehr in die Garage rein und dann hat die so gesagt, ja, aber hat ihnen denn auch der Makler nicht gesagt, dass da weder der eine noch der andere Schlüssel geht? Dann hab ich so, nee, der hat gesagt, der eine geht nicht, vom anderen wusste ich's nicht. Ja, da, also es ist normal, dass sie da keinen Schlüssel haben, der geht nämlich auch gar nicht, da gab's mal einen Wasserschaden an dem Schloss. So, und das muss, das eine muss ausgetauscht werden und auch der elektrische, das elektrische Schloss an der Seite, da muss auch mal ein Elektriker bei gucken und wir haben ja nur diesen einen Drücker und da war ich so, ja, also, komm ich jetzt nicht rein. Ja, genau, sie kommen jetzt nicht rein. Toll. Und dann, äh, hatte ich mir auch halt versprochen, sich schnell um Techniker zu kümmern, mussten wir also den Tag, ähm, Auto leihen, äh, bei meinen Eltern und dann damit wegfahren und, ähm, ja, das war dann ein bisschen sehr ärgerlich und, ähm, dann kam halt dafür der, der nächste Techniker. Witzigerweise, oder was heißt witzigerweise, äh, vorher ging auch, äh, oder zum, am Wochenende haben wir halt auch gemerkt, okay, also, wir hatten, haben diesen Vodafone Kabelvertrag und, ähm, der Techniker hat so, äh, als ich angerufen hab, um den Umzug zu melden, hat er gesagt, einfach in der neuen Wohnung den Router anstecken, funktioniert alles. ne, ich stell das hier intern um, neuen Router ranstecken geht oder den gleichen Router, den sie jetzt haben, anstecken, funktioniert. Und dann hab ich gedacht, okay, glaub ich zwar nicht, aber probier ich einfach mal. Ja, also neu in die Wohnung rein, beim Umzug, direkte Router reingestöpselt, naja, und was ist, geht natürlich nicht. Also, bei Vodafone angerufen und ich musste wirklich elfmal, ich hab geguckt in meine ausgehenden Anrufe, elfmal neu da anrufen, bis ich richtig war, weil durch diese Umstellung von Unity Media zu Vodafone gibt es diverse Service-Rufnummern und dann hatte ich so Erlebnisse wie um 8.10 Uhr angerufen und eine Bandansage leitet und unsere Techniker erst ab 8 Uhr verfügbar. Ah, ja, danke. Dann meint ihr 8 Uhr abends oder was genau ist jetzt nicht okay und dann hier so, ah ja, sie sind jetzt bei mir falsch, sie sind ja jetzt beim Umzugsservice, aber sie sind ja schon umgezogen, das ist jetzt ein Fall für die Technik, ich stell sie mal durch zur Technik und einfach aufgelegt und so Dinge hatte ich halt immer wieder, bis ich dann irgendwann durchgekommen bin und dann haben die gesagt, ja, in den nächsten vier Tagen kommt ein Techniker, war ich schon genervt, weil vier Tage halt ein bisschen lang ist, aber dann haben wir halt ein SMS bekommen, ja, der kommt doch heute. Hoppala, ist umgefallen. Entschuldigung. nicht schlimm und der kommt dann doch heute und das war dann an dem Morgen, wo dann auch die anderen, also der Handwerker war schon da, dann der Furcht, der Vodafone-Techniker kommt, der Elektriker sollte kommen, um die Garage zu reparieren und dann war der, war der Vodafone-Techniker, irgendwann kam dann, genau, nee, ich stand draußen bei dem Garagentechniker, bei dem Garagenelektriker und dann kam der, der Vodafone-Techniker und suchte mich draußen auf dem Hof bei der Garage und dann war ich so, ja, hier, ich, sorry, hier ist gerade noch ein anderes, anderer Techniker, der repariert das Garagentor, da musste ich kurz helfen, aber ich komme jetzt rein und mache ihn auf. So und dann kam der Vodafone-Techniker, misst so die Dose durch, sagt, ja, hier kommt wirklich kein Signal, dann muss ich runter in den Keller. Da war dann kein Handy empfangen, dass er mit mir telefonieren konnte, dann hat er oben sein Messgerät angeschlossen an die Dose, ist runter in den Keller gegangen und hat er gesagt, ich soll einfach durchs Treppenhaus brüllen, wenn sich auf seinem Anzeigergerät irgendwas ändert, weil die Kabel alle so scheiße beschriftet sind im Keller, dass er jetzt alle durchprobieren muss. Er probiert also alle durch und ich brülle dann irgendwann so wie so ein wahnsinniges Haus, da hat sich was geändert! Dann kam, was bitte? Und dann kam er irgendwann hoch und der Typ war super witzig von Vodafone, also war halt so ein freier Techniker, der halt für Vodafone arbeitet, hatte so einen russischen Akzent und dann irgendwann, als der halt oben dann an der Dose rumgeschraubt hat, klingelt auf einmal bei mir an der Wohnung die Nachbarin und sagt, sag mal, geht bei euch das Wasser? Und ich drehe den Wasserhahn auf und es kommt einfach kein Wasser und ich sage, nee, Wasser ist bei uns auch kaputt und der Vodafone-Techniker guckt mich so an und sagt, Terrassentür kaputt, Garage kaputt, Internet kaputt, Wasser kaputt, geht hier eigentlich irgendwas? Und da war ich so, nee, momentan wirklich gar nichts. Und, ja, dann kam aber relativ schnell auch wegen dem Wasser jemand vorbei, der hatte auf der Baustelle nebenan irgendjemand eine Wasserleitung angebaggert und dann haben die halt das Wasser für so einen Block abgestellt und das war dann auch relativ schnell wieder da. Das mit dem Wasser hatte sich dann schnell erledigt, da war dann kurz der vierte Techniker eben da, der sich ums Wasser gekümmert hat und dann der Vodafone-Techniker. Nachdem er irgendwann halt das richtige Kabel hatte und alles angeschlossen hat, hat er die Dose nochmal aufgemacht und reingeguckt, hat gesagt, ah Mensch, hier geht noch so ein Kabel weg, das geht jetzt wahrscheinlich in ein anderes Zimmer, er wüsste jetzt auch nicht, das könnte er irgendwie noch anschließend da auch noch irgendwie ein Signal drauf machen und da habe ich gesagt, das wundert mich aber, also eigentlich gibt es hier keine andere Dose, hier in dem Vorratsraum in der Wohnung ist eigentlich nichts, vielleicht im Arbeitszimmer, vielleicht ist da irgendwie noch ein Anschluss, aber da habe ich geguckt, da ist nur eine Telefondose, das kann es ja eigentlich nicht sein. Nee, nee, ist auf jeden Fall hier so ein Data-Anschluss vom Kabel und dann habe ich gesagt, ja, dann lassen Sie uns mal gerade kurz gucken und dann gehen wir ins Arbeitszimmer und schieben so einen Umzugskarton weg und dann zeigt er so drauf und sagt, ja, da sind zwei Data-Anschlüsse und wahrscheinlich sind die auch angeschlossen und dann schließt er da sein Messgerät an und sagt einfach so nach fünf Sekunden, ja, der geht. Also hier hätten Sie den Router von Anfang an anschließen können. Nein. Doch. Und mir war das so ultra peinlich, weil ich mich immer darüber aufrege, wenn Leute am Telefon, wenn man vom Kundenservice so behandelt wird wie der letzte Idiot, dieses, ja, haben Sie schon mal ausschalten und anschalten versucht, haben Sie schon mal dies, haben Sie schon mal das, haben Sie es richtig eingesteckt? Ich dachte mir so, ja, na klar, natürlich und nee, habe ich halt nicht. Also, beziehungsweise es war halt so bei der Übergabe wurde mir halt gesagt, dass da der Anschluss sei im Wohnzimmer, aber das, ich hätte halt einfach mal gucken müssen vorher und es war halt einfach im Arbeitszimmer noch einer, der, ja, und jetzt gehen halt beide, ist auch gut, jetzt gehen beide Anschlüsse. Das war einfach meine Techniker-Rallye und das war mir dann so peinlich am Ende, dass es halt von Anfang an gegangen wäre. Voll gut. Ja, nee, aber es hat mich irgendwie, genau, und dann war ich zwischendurch wirklich nochmal, weil ich, weil ich was holen musste, war ich wirklich in Wuppertal kurz, jetzt vor drei Tagen, zwei Tagen, und ich habe mein Portemonnaie da liegen lassen im Büro. Aber hast du Apple Pay eingerichtet wenigstens, dass du damit zahlen kannst? Ja, ich habe Apple Pay eingerichtet und ich bin froh, dass ich hier so ein Apple AirTag in meinem Portemonnaie habe, dass ich wenigstens weiß, wo mein Portemonnaie ist, sonst hätte ich nämlich jetzt drei Tage mit Suchen verbracht, aber das muss ich wirklich sagen, diese Apple AirTags, da kann ich jetzt nachgucken und dann steht jetzt immer jeden Tag schön, ja, die Geldbörse liegt da. Das ist schon mal nicht schlecht. Naja, das war so meine Woche, also ich bin völlig durch und vollkommen durch den Wind, mache dumme Fehler, bin schusselig, wie man so schön sagt und ich bin froh, wenn das vorbei ist. Das glaube ich, wirklich, jetzt wir hierhin und umgezogen sind, habe ich gesagt, ich ziehe nie wieder um. Ja, verstehe ich. Weil das einfach so erschöpfend und so fertig war. damals muss ich jetzt tatsächlich sagen, wir sind ja aus Rheinland-Pfalz hierhin gezogen und ich habe den ganzen Krempel selber mit einem siebeneinhalbtonner hier runtergeballert. Oha, ja. Bin dann noch ein zweites Mal gefahren mit einem, so einem Mietbüsschen, also so einem Sprinter und dann halt auch aufbauen, ausladen und so und wir hatten Gott sei Dank Hilfe, aber bei weitem nicht genug und viele davon waren halt auch Eltern, die älter sind und da kannst du ja auch nicht verlangen, dass da so oder das geht einfach nicht, dass die so viel und so große Sachen und so schwere Sachen schleppen und so und damals war ich nicht annähernd so behindert wie heute. Ich wüsste nicht, wie ich heute umziehen soll. Ich bin gerade auf den Trip, dass ich wirklich viel Wäsche sogar ausmiste und viele andere Sachen ausmisten, weil ich denke, wenn du das bei dem nächsten Umzug alles rumschleppen musst, dann kannst du dich direkt einweisen lassen. Also ich muss das jetzt mal sagen, Umzugsunternehmen ich nie wieder ohne. Also der reine Umzug, was das anging, war so stressfrei. Wir haben uns so ein alteingesessenes deutsches Umzugsunternehmen genommen, wo die so geworben haben mit Umzüge seit 1870. Wirklich, also seit 1800 irgendwann machen die Umzüge und da war ich so, die wissen wohl, wie es geht und das muss man sagen, wie hießen die, ist ja auch egal, ist im Wuppertal, ich kann mir jetzt eh keine Währung für machen, aber auf jeden Fall, das war einfach geil. Die haben so einen guten Job gemacht, die haben sich nicht tot gemacht und was ich richtig gut fand, wir wollten den Umzug für den Samstag anmelden und dann sagt der Chef, nö, Wochenende ist Wochenende. Umzüge Montags bis Freitags und sowieso über so eine Entfernung verteilen wir auf zwei Tage, einen Tag kommen die nach Wuppertal zum Einladen, am nächsten Tag kommen die nach Siegen zum Ausladen, damit wir hier keine 12-Stunden-Schichten haben und das finde ich dann geil, weil ich halt auch weiß, okay, da ist ein Chef, der macht sich Gedanken um die Mitarbeiter, die haben Wochenende, die müssen keine so langen Schichten machen, die haben Pausen bei uns gemacht und trotzdem haben die in der Zeit, wo sie gearbeitet haben, das ordentlich runtergerissen und haben einfach die Sachen getragen wie so absolute Vollprofis, ja, perfekt und ich habe einmal, ich bin zweimal mit einem Umzugsunternehmen umgezogen, einmal Scheißerfahrung gemacht, aber diesmal, wo wir wirklich drauf geachtet haben, was es für ein Unternehmen ist, Top-Erfahrung, muss ich sagen. Meine Eltern haben das ja früher auch so gemacht, immer mit Umzugsunternehmen und ich fand das immer total geil, also die Leute, beim letzten Mal war das halt so, da war ich 16, beim ersten Mal war ich 14, beim zweiten Mal war ich 16, als ich so 14 war, wenn ich dann eine Route, da ist mein Opa noch mit dabei gewesen, dann ist mein Opa einen LKW gefahren, weil der halt, das war dann ein Unternehmen, wo mein Opa die Leute kannte und sowas, gell, auch alles Polen aus Düsseldorf, super lustig, war beste, beste Umzug meines ganzen Lebens, da bin ich halt mitgefahren im LKW, in der Mitte so, links mein Opa, rechts ein anderer Mann von dem Umzugsunternehmen, den halt mein Opa kannte und die haben die ganze Zeit nur gelabert, gelabert, ich habe kein Wort verstanden, weil es alles so schnell ging und ich saß da halt in dem LKW so mit so 14 und das war so auf der Autobahn so voll cool, das war so ein richtig geiles Gefühl. Bei dem zweiten Mal, da war ich 16, da bin ich aus meinem Zimmer in Nordrhein-Westfalen raus und in Rheinland-Pfalz zwei Tage später, also ich war dann irgendwie noch, keine Ahnung, bei meiner Oma oder so, ich weiß gar nicht mehr, wurde ich abgeholt, bin nach Hause gefahren und da war mein Zimmer schon neu eingerichtet, fertig, also ich habe nichts gemacht. Wir haben jetzt diesmal halt nur, also wir haben halt das Schleppen machen lassen, weil ich halt einfach Rücken und rechtes Knie so ein bisschen kaputt habe und das wollte ich halt nicht machen, ich hatte nicht Lust, mir da, ja, drei verschiedene Autos zu leihen, wir hatten zu viel, um es in ein normales Auto oder auch in ein großes Auto wie ein Sprinter oder so reinzukriegen und deshalb ging das halt einfach nicht und das war halt, ja, deshalb einfach nötig, jetzt habe ich gerade selber meinen Faden verloren, ach genau, wir haben aber das Schleppen halt erledigen lassen, eingepackt und ausgepackt und so und aufbauen, das machen wir jetzt alles selbst beziehungsweise auch Bett haben die aufgebaut für uns, das fand ich cool, das war einfach so, ja, machen wir noch schnell, das war angenehm, deshalb, das ist eine gute Erfahrung gewesen. Das war wirklich total weird, so in meinem Kopf, als so mit 16, weißt du, du gehst aus deinem Zimmer raus, als würdest du zur Schule gehen oder so und du hast nichts eingepackt, ich habe halt nur so ein paar Sachen, die ich dringend bei mir brauchte, also so quasi, so das EDC oder sowas, so, nicht mal eine Schultasche habe ich mitgenommen, irgendwie so Rucksack, zwei Pullis, zwei Hosen, Unterwäsche und was weiß ich, was ich damals noch mitgeschleppt habe, wahrscheinlich Portemonnaie und Handy gab es ja noch gar nicht in der Zeit und keine Ahnung, irgendwelche so Klatteradatsch, Taschenmesser wahrscheinlich und irgendwas zu lesen, Comics oder Bücher oder so habe ich dann halt wahrscheinlich noch mitgehabt und bin aus dem Haus raus, wurde bei meiner Oma und bei meinem Opa geparkt und zwei Tage später bin ich in ein in ein anderes Dorf, also von einer Kleinstadt in ein Dorf gekommen, mit so fast 300 Einwohnern, mehr nicht, wo es damals zu dem Zeitpunkt gab es eine Kneipe, eine Postfiliale, einen Bäcker, der gleichzeitig so ein Tante-Emma-Laden war. Das war's, mehr gab's dann nicht. Heutzutage gibt es nur noch den Bäcker und der hat drei Tage in der Woche auf. Ich glaube, es gibt noch eine Kneipe, die aber auch nur an zwei Tagen oder so auf hat. Weiß ich aber nicht, kann ich nicht beschwören. Und bin dann halt da reingekommen und mein Zimmer sah halt, war halt fertig. Die Schublade aufgemacht, lag alles drin. Schrank vom Wäscheschrank aufgemacht, war alles drin. So als wie gebeamt irgendwie, das war total in jedes Gefühl. Ja, das kann ich mir vorstellen. Naja. Naja. Ich habe noch einen einzigen Punkt auf meiner Therapieliste. Das ist eine Korrektur, die ich einfach nur zur letzten Folge, die wir gemeinsam gemacht haben, noch erwähnen möchte. Es heißt weder Rachel noch Rachel, sondern es heißt Rachel. Vielen Dank an Rachel. Danke, Rachel. Wie der ägyptische Gott und Schell wie die Tankstelle. So wurde mir das per Meme aufgeklärt. Vielen Dank. Mein Problem ist, seitdem es ein Meme dazu gab, gab es in meinem Kopf Raschel, Raschel. Raschel, Raschel. Das ist ganz schlimm. Das Meme war nicht gut. Ja. Für mein Gehirn. Entschuldigung. Ich habe ein bisschen was von meiner Therapiestunde weggelassen. Ein bisschen eingekürzt. Okay. Nicht alles aufgeschrieben. Ich habe jetzt auch wirklich lange monologisiert. Entschuldige bitte. Ich fand es super spannend und fand es total toll. Ich mache ja momentan viel für mein Body. Für mein Gefühl und so was. Und ich hatte ja schon mal zumindest intern hatte ich schon mal so ich habe auf einmal wieder so Lust mich ich sage jetzt mal in Anführungszeichen ich mache jetzt Gänsefüßchen in die Luft hübsch zu machen. Also so die Haare schön zu machen wieder Bartöl zu benutzen und sich mit gut mit dem guten Parfüm einzustäuben auch wenn ich zu Hause bin und es nicht nicht viel passiert oder so wo das für nötig wäre aber es ist halt für mich sehr sehr angenehm und ich mache momentan sehr sehr viel Handeltraining und pflege mich so und versuche mich mehr zu bewegen versuche aktiver zu sein versuche ab und zu mal was im Haushalt zu helfen oder so wenn das gerade geht ich koche ja auch jeden Tag mehrmals alles ist alles so so ein bisschen im Aufbruch und ich hatte bei einem guten Freund aus Barmen was übrigens im Wuppertal ist das ist richtig hatte ich gesehen dass der so eine Challenge abgeschlossen hat bei The Conqueror Challenge da kannst du dich anmelden und dann kannst du sowas machen wie Marathonläufe wie man früher wie wie ein Marathon oder Halbmarathon früher in verschiedenen Städten waren der Berlin Marathon der München Marathon oder sonst irgendwas oder irgendwelche Sportveranstaltungen auch mit kürzeren Strecken wo du dann teilnehmen konntest dann hast du eine Teilnahmeurkunde gekriegt und sowas und konntest dich ein bisschen messen oder ein bisschen aussporteln und sowas bietet The Conqueror Challenge auch an nur halt digital ist so ein bisschen ich glaube das gab es schon früher aber ist halt sehr sehr gehypt worden in der Zeit nicht nur The Conqueror Challenge sondern auch andere Challenges sehr sehr gehypt worden durch die Zeit wo eben solche gemeinsamen Geschichten nicht möglich waren und so ist das ganze digital man hat halt eine App auf dem Handy kann die teilweise auch mit je nach Anbieter auch mit so Garmin GPS für Fahrräder oder zum Laufen so Laufuhren oder sowas oder ich glaube sogar auch mit der Apple Watch oder so verbinden dass man da seine seine Exercises seine Übungen trackt also wenn man was weiß ich sechs Kilometer gelaufen ist oder 100 Meter geschwommen ist oder mit dem Fahrrad gefahren ist da gibt es verschiedene Möglichkeiten wie du daran teilnehmen kannst auch verschiedene Sportarten es gibt auch wirklich Triathlons und sowas und das hat ein Freund von mir gemacht ich hatte das gesehen und hatte den gern gefragt wie seine Erfahrungen damit sind weil ich das total interessant fand und der hat mir tatsächlich dann nachdem wir ein bisschen darüber gesprochen haben so ein bisschen als Motivationsschub eine Marathon Challenge geschenkt also das kostet halt Geld du kriegst dann eine Medaille und sowas wenn du das absolviert hast und so kannst dich auch so verbinden mit anderen Leuten und das finde ich unfassbar spannend und diese Marathon Challenge ist halt so das was ich jetzt eingehen will das sind halt über 42 Kilometer die ich absolvieren kann mit dem Fahrrad zu Fuß oder schwimmend und ich muss das nicht in einem Stück machen sondern ich habe ich glaube 560 Tage noch Zeit zum jetzigen Zeitpunkt um diese 42 Kilometer zu absolvieren und das finde ich halt ultra geil das ist halt etwas wo ich richtig Bock drauf habe und sobald ich noch ein bisschen fitter bin dass ich noch mehr Beweglichkeit habe ist das so mein erstes Ding rausgehen und GPS einschalten und mittracken wie weit ich komme und dann vielleicht und wenn es nur 42 Wochen sind wo ich jede Woche einen Kilometer gehe weißt du wie ich meine da habe ich richtig Böcke drauf finde ich eine richtig coole Option finde ich eine richtig geile Idee finde ich wirklich cool und das wäre tatsächlich wenn ich das dann geschafft habe mein erstes richtiges Sportabzeichen was ich bekomme weil ich sonst irgendwie nie so ja ich bin immer ausgeschieden bevor es so eine Urkunde gab oder solche weil ich war mal relativ gut bei einem Hallenfußballturnier da sind wir aber dann leider doch ausgeschieden und ja aber so wäre es ja trotzdem selbst wenn es nicht so ist dass man Erster wird und eine Medaille kriegt sondern einfach eine Teilnahmemedaille das wäre so geil da würde ich mich so drüber freuen da habe ich voll Bock drauf dann drücke ich dir da auf jeden Fall die Daumen und Motivation und so vielen lieben Dank aber das ist tatsächlich sowas wo ich wo ich wirklich jeden Tag auch so denke bist du schon so weit könntest du wie ist das Wetter draußen sind da Menschen regnen nicht doll genug schade die Leute sind auch draußen weil noch bin ich nicht so weit dass ich dass ich raus möchte aber meine Hoffnung ist ungetrübt und ich bin motiviert vielleicht kannst du ja schon mal ein bisschen durch die Wohnung wackeln das hilft ja auch ja aber ich glaube da funktioniert das GPS nicht so gut das ist richtig also weil in der Wohnung bin ich relativ deutlich aktiver als noch vor zwei drei Monaten aber ein Schritt zähl am iPhone funktioniert ja schon mal das ist ja auch was echt da muss ich das ja immer mitnehmen das sollte ich mal machen naja aber ich brenne sehr dafür apropos brennen was eine Überleitung selbst vorgelegt unverwandelt da ich halt gerade momentan sehr sehr viel auch koche und zubereite und sowas ich kann dir nicht sagen wie ich momentan aussehe also dir könnte ich es zeigen aber ich kann es dir kaum sagen ich sehe es ja ich habe eine gerade verheilte Schnittwunde am linken Daumen habe mich gestern in meinen aber das willst du mit dem Mittelfinger zeigen in die Kamera nee das ist nicht der Mittelfinger in den Ringfinger geschnitten und zwar frontal rein bis zum Nagel und auf meiner rechten Hand habe ich eine etwa 10 Cent oder so große Brandblase am Daumen ist meine Verbrennung schon verheilt ja die auf dem Handrücken meiner rechten Hand die hält sich noch doll also ich habe momentan so viele Verwundungen wie in meiner Kochausbildung in einem halben Jahr nicht gehabt glaube ich und das ist halt eine Woche gewesen dann gute Besserung an der Stelle für alles es ist so nervig wirklich es ist so nervig vor allen Dingen wenn du um einen Daumen und einen Ringfinger von der Hand schon flasterst jetzt ist die eine Gott sei Dank verheilt am Daumen dann packst du halt auch nichts mehr so richtig ja die andere Hand war halt der Daumen und der Handrücken Gott du siehst wirklich erbärmlich aus mit den ganzen Flastern furchtbar oder schrecklich ja aber ich hab also wie gesagt ich will nicht noch weiter weil wir sind jetzt schon wir mit den Kommentaren und unserer Therapiestunde wir sind schon lange dabei wir haben uns ganz schön verquatscht naja wir hatten ja auch zwei Wochen Pause aber das Blöde ist wir haben natürlich auch entsprechend viele News dann müssen wir natürlich gleich dann auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen mal etwas knapper vorgehen aber ich würde sagen wir starten jetzt erstmal in den Sale aber ich würde sagen wir frühstücken den ganzen Werbeteil mal ganz ganz kurz ab beziehungsweise sprechen noch über eine Sache in der Zukunft die eigentlich am spannendsten ist unter anderem sind natürlich ganz ganz viele Neuheiten im Oktober jetzt in den Verkauf gestartet das heißt ihr könnt jetzt bestellen nicht nur wie es erwartet war den der Expert Pickup Truck das Queer Eye Loft das Weihnachtsset also den Besuch des Weihnachtsmann die Fenta Stratocaster das Fragezeichen Blog Set von Super Mario das sind übrigens fünf exklusive Sets fünf große exklusive Sets in einem Monat dazu noch vier kleine exklusive Sets nämlich das kleine Disney Schloss das Eisbär und Pinguin Geschenk den Weihnachtspinguin und den Schlitten des Weihnachtsmanns der so viele begeistert Eisbär und Geschenk nicht Eisbär und Pinguin Geschenk ja Eisbär und Geschenk und Weihnachtspinguin ja sorry kein Problem ich wollte die Leute nicht erwarten dass sie dass sie alles drei in einem Paket kriegen ja genau und dann Lego Technik Neuheiten Lego City Stunts Neuheiten die übrigens richtig cool sind dazu später eine Leseempfehlung noch also wahnsinnig viele neue Sets eigentlich im Oktober aber relativ unerwarteterweise kann man auch doch die Bandmade Series 2 bestellen bei Lego und es gibt wieder wie wir auch letztes Jahr schon versucht hatten zu beruhigen wie erwartet den Adventskranz von letztem Jahr dieses 2 in 1 Set wo man entweder einen stehenden Adventskranz mit Kerzen oder so ein Türkranz rausmachen kann der gibt es jetzt auch wieder bestellbar direkt bei Lego das heißt wahnsinnig viele tolle Neuheiten und wenn ihr etwas davon bestellt dann Werbung freuen wir uns sehr wenn ihr das über einen unserer Affiliate Links macht in den jeweiligen Beiträgen oder in der Sidebar bei Stonewalls die unterstützen steht da da könnt ihr auch auf den Link klicken das wäre auch super super toll vielen Dank Dankeschön ansonsten gibt es bei JBSpielwaren ein paar coole Sachen es gibt Wandkalender in Zusammenarbeit mit Jonas Kram unter anderem unserem Jonas der hat wieder neue Kalender gemacht die sollte man sich unbedingt anschauen und vor allem bestellen weil da freuen wir uns wenn ihr über unseren Affiliate Link geht der Jonas freut sich weil er da was von abbekommt JBSpielwaren freut sich auch sowieso über alles und genau das gibt es und da gibt es auch noch neue ein naja ein Adventskalender mit Lego Ninjago Inhalt also es ist kein Lego Ninjago Adventskalender offiziell natürlich aber es ist ein von JBSpielwaren veröffentlichter Adventskalender mit Lego Ninjago Inhalt das einzige was man ganz ehrlich sagen muss der ist halt schon teuer also der ist wirklich teuer das ist halt so ein Liebhaber Ding der kostet 50 Euro ist halt limitiert irgendwie ich glaube auf 1000 Stück oder so und für die ersten Bestellungen gibt es noch so einen gratis goldenen Wu ich weiß nicht ob es den immer noch gibt aber ich glaube schon und ja aber das den muss man schon haben wollen glaube ich dafür aber 10 Minifiguren ist halt auch ein dicker Batzen im Prinzip genau ist mehr als bei Lego aber ist natürlich es gibt auch eine exklusive Figur da drin die ist aber natürlich dann custom made also custom bedruckt auf original Lego teilen das ist natürlich was anderes als bei einem offiziellen Lego Adventskalender aber ja warum Lego selbst nicht so einen Adventskalender macht ist mir sowieso ein Rätsel deshalb nun gut was ich richtig cool finde für alle die letztes Jahr nicht zuschlagen konnten ist der World of Jonas Part One Kalender das sehr nochmal für dieses Jahr mit den Motiven aus dem letzten Jahr für dieses Jahr also für nächstes Jahr wiederkommt boah das ist so durcheinander ich sag's nochmal also 2022 erscheint derselbe Kalender wie in diesem Jahr 2021 allerdings fürs neue Jahr also 2022 aber mit den exakt gleichen Motiven wie die die dieses Jahr die das dieses Jahr verpasst haben letztes Jahr nein 2021 also ja für ja also die ja okay diesen ja genau aber es gibt natürlich auch neue aber wer den schon hat für dieses Jahr und im nächsten Jahr nicht die gleichen Motive nochmal angucken möchte obwohl die grandios sind und durchaus berechtigt werden noch im zweiten äh Monat äh dran gehangen zu werden äh zweites Jahr dran gehangen zu werden gibt es auch The World of Jonas Part 2 mit ganz neuen frischen äh Motiven äh ich wollte mir den schon bestellen mit einer Stonewars Minifigur aber ich wollte noch eine andere Figur haben und die ist momentan nicht lieferbar also beziehungsweise das Set von ähm äh von Lego ist momentan nicht lieferbar deswegen bin ich noch nicht in der Bestellung aber ich bin auf Hold okay das ist doch schön ja alles alles hier schon mit den Kollegen besprochen hier ich will das alles haben sehr gut dann äh würde ich sagen soll es das auch mit dem ne es soll es noch nicht mit dem Werbeblock gewesen sein genau nächste Woche nächste Woche gibt es doppelte VIP Punkte im Lego Online Shop der Beitrag dazu auf Stonewars ist noch nicht online kommt noch ist ein bisschen äh meinem Umzugsproblem geschuldet ich hab gesagt äh heute Morgen zu Jonas und Jens ganz optimistisch ey ich schreib den selber äh guckt ihr bei der Titanic ja nicht geschafft bisschen doof bisschen vollmundig von mir aber wir können es schon mal hier sagen nächste Woche doppelte VIP Punkte im Lego Online Shop das heißt äh da wird glaube ich ja da wird dann sowieso gerade bei den ganzen Neuheiten die wir gerade äh angesprochen haben dann der Verkaufswahn losbrechen da wird bestimmt noch einiges dann ausverkauft sein recht fix ähm das wird dann vermutlich die letzte doppelte VIP Punkte Aktion sein bis zum VIP Wochenende wenn es das denn wieder gibt das ist immer ein Wochenende oder letztes Jahr zumindest ein Wochenende vor Black Friday gewesen ähm genau und dann kommt noch Black Friday also jetzt doppelte VIP Punkte dann im November nochmal VIP Wochenende und dann die Black Friday Angebote und dann vielleicht nochmal im Dezember was ich weiß es nicht da gab es letztes Jahr glaube ich nix ähm deshalb mal abwarten aber letztes Jahr war auch der gute Gelegenheit gerade für aber das heißt ich übel übel in Sinne von nichts kann man so nicht hart sagen aber er war nicht so ähm genau so überragend wie davor im Jahr zum Beispiel ja also man muss sagen die die doppelten VIP Punkte haben deutlich mehr gebracht als die Black Friday Sachen das heißt das VIP Wochenende waren sehr eine sehr gute Gelegenheit zum Einkaufen aber ich glaube jetzt auch gerade bei den EOL Sachen wo man Angst hat dass sie sonst weg sind ich will jetzt hier keine Empfehlung geben welche das sein sollen weil da kann ich nur mit falsch liegen aber ähm da könnte man jetzt auch die Aktionen im Oktober durchaus nutzen und nicht alles darauf setzen dass äh zum VIP Wochenende im November beziehungsweise zum Black Friday gute Aktionen kommen weil dahingehend ist noch nichts aber wirklich rein gar nichts bestätigt ja deshalb ähm doppelte VIP Punkte ist schon mal nicht schlecht äh ein bisschen Gratiskram gibt es ja gerade auch aber nicht so viel ich glaube die großen Gratis Aktionen kommen erst nachdem dann wiederum die doppelte VIP Punkte Aktion vorbei ist das teilt Lego sich natürlich verständlicherweise recht gut ein ja ja und damit sind wir eigentlich auch durch die Werbung durch genau dann machen wir noch ein bisschen Werbung in eigener Sache ähm oh darf ich darf ich darf ich ja natürlich ähm gerne doch dann muss ich mich nicht selbst beweihräuchern wie toll das war ich hab äh ich hab letzte Woche ähm ja aussetzen dürfen ähm hatte äh einen wunderschönen Tag Urlaub und hab an diesem Urlaubstag ähm ähm dann auch ein Lego Podcast gehört und das war eine Sonderfolge ähm äh äh dem Hendrik von JB Spielwaren ähm ähm so aus zur Sicht eines Händlers ähm in dem Lego Universum und ich fand die so spannend ich hab die doppelt gehört ähm ich hab die ungelogen zweimal gehört die ist kein Witz ich hab die einmal äh ähm an dem ähm Tag als sie rauskamen gehört und da war ich aber noch so ein bisschen ähm ich spiel noch nebenbei am Handy hier dies das und jenes und dann fand ich die aber so interessant dass ich die nochmal gehört hab und ich fand die so toll die habt so toll harmoniert und ich äh fand Hendrik war super sympathisch äh in der Folge ähm ihr habt gut miteinander äh ähm äh interagiert und viele Sachen die ich auch gar nicht wusste die mir nicht bewusst waren die mir gar nicht klar waren und natürlich auch so ein paar Insights ähm die ich immer schon mal wissen wollte oder so ähm sind dabei rumgekommen fand ich richtig toll ne richtig tolle Folge hat mir richtig gut gefallen hört die unbedingt ähm also das ist äh ich hab eben schon zu dir gesagt das ist die beste Folge ähm äh Lego ähm äh Podcast bei Stonewars bei der ich nicht dabei war und sie gehört zu meinen äh Top 5 Folgen von Stonewars überhaupt das freut mich sehr will aber da keine 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 aber auch Hendrik wirklich großartig also äh wie fandst du es denn qualitativ so soundmäßig ja das ist ein bisschen unfair erstaunlich okay oder ja das ist ein bisschen unfair ich hab ähm äh Geräte die enhancen also ich kann dir nicht genau sagen ob das ich hätte die mit meinen Studiohörern hören müssen um zu sagen können okay das war nicht gut oder nicht schlecht aber ich fand sie super vom Sound her was ich eigentlich halt auch sagen muss ich fand die vom Sound her okay und ähm auf Hendricks Seite wurde das einfach aufgenommen mit einem eingebauten Mikrofon im Laptop geil so das war's so damit wurde die Folge aufgenommen und dafür finde ich es erstaunlich gut äh da äh Props an der Stelle an Apple weil ich glaube es war ein Macbook wo es aufgenommen wurde ähm deshalb ich äh ich hatte auch viel Spaß beim Aufnehmen ich hab auch noch ein paar neue Sachen gelernt ich wusste noch nicht alles äh klar ein paar Sachen wusste ich auch vorher ne aber ich hab mich da auch in so eine Interviewer Situation begeben so ein bisschen dass ich auch mal Fragen gestellt habe zu Dingen die ich natürlich eigentlich schon wusste aber die man natürlich da mal irgendwie klarstellen will ähm das war interessant also ähm gerne nochmal ähm viel viel Spaß gehabt aber es ist halt immer so ein Ding es soll halt nicht so eine reine Werbeveranstaltung werden aber klar wenn man natürlich den Kontakt zu einem Händler hat und man will dann eine Folge mit einem Händler aufnehmen dann warum dann nicht äh mit den Händlern mit denen man eh schon irgendwie in Kontakt steht aber das ne wirkt natürlich schnell so dieses hey hier ist jetzt eine Werbegeschichte nur für J.B. Spielwaren aber ich fand es dann einfach spannend und wenn Hendrik das mit mir machen wollte und bereit war dann ein bisschen auch aus dem Nähkästchen zu plaudern und ich finde halt J.B. Spielwaren ist so auf der so also so groß dass sie genug spannende Insights haben aber so klein und so ähm spezifisch auf Lego bezogen dass sie halt auch so ganz viel diese ja dann haben wir das und das probiert Geschichten erzählen können weil die ja sich schon sehr viel Mühe geben und also halt so im Sinne von hey wir wollen möglichst großes Sortiment haben und so Sachen äh das ist ja schon was was die so ein bisschen auszeichnet deshalb hat mir ganz viel Spaß gemacht ähm kann ich auch nur Werbung für machen für die Folge ist auch tatsächlich ähm sowas anderes als äh wenn man so ein Store nur als äh aus Hobby betreibt äh damit man überhaupt Insights äh hat oder so ja ne einfach nicht weiter reden ich möchte in die weite Farbenpracht drehen ja Ideas Reviews wir haben äh ja zwei Wochen jetzt äh hier Ideas Reviews angesammelt welche gibt's denn dann reißen wir die mal ganz schnell runter ich muss mich hier ein bisschen umsetzen wir reißen die mal ganz schnell runter ja es gibt das große Korallenriff ähm äh das ist durchgekommen ähm ich finde sehr sehr schön gestaltet es ist halt wirklich sehr sehr bunt äh aber trotzdem irgendwie authentisch man könnte es glatt in so ein ähm Terrarium äh oder Aquarium reinstecken und äh Terrarium Terrarium äh äh ja finde ich sehr hübsch ähm ein paar dieser Pflanzen finde ich richtig gut gestaltet ähm die auch so ja äh so eine gewisse Authentizität äh besitzen finde ich richtig gut ähm ja mir würde ich jetzt gerne äh euch überlassen einfach in den ähm Artikel reinzuschauen der ist nämlich auch ähm mit vielen Infos gepickt gespickt ähm als nächstes äh war natürlich nicht zu vermeiden dass Hyrule Castle ähm äh rein äh schwuppst und ähm das 30ste ähm das 30ste Jubiläum feiern äh möchte ähm einmal mehr Lego Zelda Entwurf ja er möchte äh halt Brick jetzt hast du mich rausgebracht ist egal ähm also es basiert auf Legend of Zelda Breath of the Wild ähm und ja ich meine hallo da ist Link bei da ist Zelda bei ähm natürlich wird sowas gewählt ja ja Zelda ich finde sowieso der der Dude der war immer schon der der coolste Krieger irgendwie da in diesem äh im gesamten Computerspieluniversum ähm das nimmt irgendwer wieder ernst ich weiß es jetzt schon ähm genauso wie Last Airbender ja genau Avatar auch unvermeidbar gewesen dass der es wieder ins ähm ins Review schafft hat auch eine wahnsinnige Fanbase einfach ja ist aber ähm also aus meinem aus meinem Geschmack ich kann nur von mir selber urteilen wirklich einer der hässlichsten Entwürfe der jemals bei Lego Ideas die 10.000 Stimmen gekriegt hat da ist wirklich die Idee ähm einzig und allein ausschlaggebend für ähm für diese Review Phase weil das Ding ist wirklich pottenhässlich gebaut finde ich aber das ist meine persönliche Meinung ähm und ich finde das darf man nicht sagen wenn man die Steamboat Willy im Kopf behält das war ein hässlicher Entwurf ich weiß nicht löse ich jetzt hier posttraumatische Belastungsstörungen bei dir aus oder ja ich glaube schon lass uns ein sehr schönes Modell äh was auch sehr interessant ist äh reden da ist nämlich ein motorisiertes äh Modell von dem Sonnensystem von unserem Sonnensystem äh am Start knapp 3000 Teile ähm und soll angeblich eine ähm Genauigkeit von 99,8% haben ähm also super beeindruckend es gibt ein tolles äh Video dazu schaut euch das unbedingt an ähm lest euch den Artikel durch super cool und das ist etwas was ich wirklich gerne umgesetzt sehen würde mhm also ich muss sagen ich ähm hätte mir gewünscht dass dieses coole Vorstellungsvideo was ja wirklich toll ist dass das halt ein echtes Video ist und nicht nur eine Animation weil dass das in der Animation eine Genauigkeit von 99, Schieß mich tot Prozent hat das mag natürlich sein wie das in der Praxis ist das fände ich mal spannend zu sehen deshalb ähm ja also wenn Lego sich sowas annimmt halt also hier bin ich auch wieder ähm sehr ich stehe dem positiv gegenüber weil ich denke es ist halt ein eine sehr coole Idee man kann da ganz viel draus machen ähm aber ob es das jetzt äh schafft trotzdem weiß ich nicht also ich grundsätzlich halte ich es für realistisch sorry ich bin gerade ein bisschen im äh schwurbelig im Kopf ähm also grundsätzlich glaube ich das ist insofern das ist eine gute Idee und deshalb glaube ich auch das eine Chance das zu schaffen ähm aber äh ja man weiß es natürlich nicht ich rede so ein Quatsch gerade ich hätte vielleicht noch eine Woche aussetzen sollen und mich den Umzug erstmal fertig machen sollen und dann mal einen Tag am Sofa verbringen damit ich irgendwie wieder ein funktionierendes Gehirn habe Entschuldigung äh kein Problem ich finde es lustig ich äh kichere mir so lange einen ab äh du guckst mir auch so an was redest du Brudi was los ich war ich war ich wollte schon Junge muss los ja bin dann mal raus aber ne alles gut ähm lass uns äh Ideas hinter äh zurücklassen es waren obwohl wir zwei Wochen ähm nicht gesendet haben auf diesem Kanal ähm mit einer News-Folge nur vier äh Vorschläge was ich eigentlich noch noch human finde wir hatten schon schlimmere Zeit es wird wieder ein bisschen auf jeden Fall ich denke auch ähm das Ding ist halt äh es geht aber jetzt auch wieder zum Herbst und Winter zu da haben die Leute wetterbedingt schon mehr Zeit in ihrer Wohnung zu verbringen ähm ähm und haben wahrscheinlich auch mehr Zeit sowas einzureichen das ist richtig ja ähm wir auch gehen weg von Ideas hm wer auch was eingereicht hat und äh sogar dann ähm äh durchgesetzt hat sind die Lego-Designer die haben nämlich äh viele viele Sachen ja Mensch die Überleitung können wir immer nehmen ich finde übrigens wir sollten die Folge schwurbelig im Kopf nennen notiere dir das schwurbelig im Kopf bin ich noch nicht ganz überzeugt von aber ich mach mir mal eine Notiz ja mach dir mal eine Notiz ähm und wir gehen in die Kategorie der Neuvorstellungen und Gerüchte und beginnen bei einem ähm bei einer Beigabe die ich sehr sehr attraktiv finde es handelt sich um das Lego 40452 Hogwarts Gryffindor ähm Schlafsaal Set ähm wo wir auch Platz finden ähm ja reichlich äh ähm Dingsbums aufzuhängen die Sammel die Harry Potter Sammelfliesen ja nicht nur reichlich sondern alle 16 das finde ich ja das Geile ja aber 4 sind auch dabei ne genau 4 sind dabei und insgesamt kann man 16 Fliesen hinten aufhängen wenn man die dann alle hat ähm das heißt man kann dieses GWP auch nehmen wenn man jetzt nicht das große Harry Potter Set zum Beispiel hat wo ja auch glaube ich schon so eine Gelegenheit zum Sammeln ist oder? Weiß ich jetzt gerade nicht ich hab's ich weiß auch nicht mehr auf jeden Fall ist das super man kann das nehmen um die Fliesen auszustellen und das finde ich irgendwie ganz nett ja ich finde es richtig richtig schön ähm ähm cooles Set cool gestaltet ähm coole Figuren auch also ist nichts jetzt man hätte auch selber drauf kommen können würde ich sagen das das Ding ist halt ich finde es halt eine coole Gratisbeigabe aber es ist jetzt natürlich nicht so dass ich da jetzt sabbernd vorsitze und denke oh Gott ich brauche das unbedingt jetzt sofort weil es hat halt keine exklusiven Figuren es ist eigentlich nichts exklusiv nur es ist halt ein es wird einen richtigen Karton haben soweit wir wissen also nicht so einen gelben sondern einen schönen Karton wenn auch einen kleinen und ähm ja halt ne ein eine Ergänzung zu dem Hogwarts sein ähm und das macht es halt irgendwie attraktiv nicht wirklich also ich hätte es natürlich noch cooler gefunden wenn eine exklusive Figur drin ist aber ja so kann man sich vielleicht auch ähm äh davon überzeugen das nicht kaufen zu müssen weil man kann es ja nicht einfach kaufen sondern es ist eine Gratisbeilage vom 25. Oktober bis zum 7. November oder wie immer solange der Vorrat reicht ähm ab 100 Euro Einkaufswert und natürlich nur bei Lego Harry Potter Einkäufen und das muss man jetzt gerade auch erstmal schaffen 100 Euro mit Lego Harry Potter vollzukriegen ja finde ich recht einfach ich habe nämlich das Lego Harry Potter 76391 Hogwarts Icons Collectors äh Edition noch nicht ähm das wäre natürlich ein richtig guter äh Kauf ähm um das Set zu kriegen das ist richtig aber es ist natürlich auch sehr teuer und das muss man ja auch haben wollen sonst war zum Beispiel in den letzten Jahren war bei solchen äh Harry Potter GWPs immer das Ding dass Leute gesagt haben hey den Fuchsbau den kann man halt noch nehmen weil das war ja so ein halbexklusives Set was es nicht mit Rabatt gab ähm aber das hat jetzt halt fast jeder und gerade gibt es nicht so also es müsste jetzt eigentlich sowas in einem 100 Euro Preisbereich geben was man sich noch gut kaufen könnte anstatt dieses riesige teure Set aber klar natürlich die Hogwarts Icons sind glaube ich gerade das was da noch am attraktivsten ist für die Leute und ähm schauen wir mal vielleicht nehmen das ein paar Leute mit wenn man das jetzt noch kombinieren könnte mit dreifach VIP äh doppelt VIP Punkt das wäre natürlich toll aber man kann nicht alles haben ja aber man kauft einfach vier Lego Harry Potter ähm Adventskalender na gut die kriegt man aber ja auch ein bisschen günstiger woanders aber ähm wir machen euch nochmal wenn das Ding dann äh online geht an den Start äh geben wir euch nochmal ein paar Empfehlungen was man so kaufen könnte wenn man denn wollte und dann könnt ihr euch das einfach anschauen ja ähm ja dann haben wir schon schon am Anfang des Podcasts kurz das angesprochen ähm was das Thema Baseplates angeht wo wir was ja falsch interpretiert hatten äh nämlich hat Lego mittlerweile ein offizielles Statement zum Thema Baseplates abgegeben und hat darin bestätigt was wir davor auch schon geschrieben hatten dass die Baseplates nämlich nur unter neuer Nummer zurückkommen und dass sich ansonsten nichts ändert laut Lego aus unserer Sicht ändert sich die UVP die wird ein Euro höher aber okay ähm das ist halt da es ja ein internationales Statement ist für Lego nicht so relevant die werden nicht schreiben hey es ändert sich nichts außer in ganz wenigen Märkten wird es ein Euro teurer das äh ist für so ein Statement nicht so relevant deshalb finde ich das nicht so tragisch aber im Großen und Ganzen sagt Lego das was wir dann auch im letzten Update zu dem Thema schon geschrieben haben ähm es gibt eine neue Nummer und es wird in Papier verpackt statt in Plastik wobei tatsächlich ja die 48x48 Platte die ändert sich auch nicht im Preis genau die bleibt gleich und auch die Duplo Grundplatte auch genau was ich witzig finde an dem Statement ist halt so in den nächsten Monaten werden sie wahrscheinlich einige Produkte mit der Aufschrift Einstellung in Kürze sehen oder vielleicht meldet ein lokaler Einzelhändler dass er bestimmte Produkte nicht mehr bestellen kann wir möchten ihnen im Voraus mitteilen dass es keinen Grund gibt wegen der Grundplatten beunruhigt zu sein und es ist halt dieses im Voraus wenn sie das vor einem Jahr gemacht hätten oder wenigst vor einem halben Jahr dann wäre es ja gut gewesen aber so ist es halt naja gut nicht mehr ganz im Voraus ja da haben wir halt Lego ist einfach gemütlich ja so die sind ein bisschen Hüge die ruhen in sich und dann kommt das kommt das irgendwann wenn es kommt manchmal geh mir weg zu Hüge ich habe mit Hüge ich war zu viel bei Ikea in letzter Zeit scheiß auf Hüge wirklich ist auch Schwedisch ist gar nicht Dänisch keine Ahnung Schweden lügen nicht ich wollte genau zu den Baseplates das noch kurz wie das halt kam also wir hatten ja damals die Info bekommen dass diese Setnummern auslaufen das wurde uns von Händlern bestätigt natürlich dass sie die dann nicht mehr bestellen können wir haben anderweitig nochmal verifiziert dass auch bei Lego selbst diese Grundplatten auslaufen mit unter den bisherigen Setnummern und haben daraus dann halt geschlossen so naja die Straßenplatten sind verschwunden zu einem neuen Plattensystem hingegangen dass dann sich eventuell auch die Baseplates verabschieden wir hatten ja auch damals geschrieben dass wir das nicht sicherstellen können sondern haben halt natürlich geschrieben auch dass es Spekulationen sind oder dass das unsere Gedanken zum Thema sind aber klar ja war das nicht ganz richtig wir sehen jetzt es sind halt einfach nur neue Setnummern wir werden da beim nächsten Mal ein bisschen sicherstellen also dass wir über sowas gar nicht mehr berichten das halte ich für ausgeschlossen weil es halt auch das sehe ich halt auch als Teil unseres Jobs an wenn wir eine Info bekommen hey ein Produkt geht aus dem Sortiment dann möchte ich auch darüber berichten wir werden allerdings sicherstellen dass wir in solchen Fällen in Zukunft klarer machen wie unsere Informationslage ist also dass ein bisschen klarer ist okay sind wir jetzt sicher dass die auf jeden Fall aus dem Sortiment verschwinden oder wissen wir eigentlich nur dass diese Setnummern aus dem Sortiment gehen oder so also dass man das einfach ein bisschen klarer macht klarer stellt hey ist das eine konkrete Info oder ist das hier ein Gerücht oder eine Spekulation unsererseits und auf welcher Basis natürlich werden wir auch da nicht immer alle Quellen offenlegen weil das einfach für uns also wenn es nur offiziell einsehbare Quelle ist dann zeigen wir die auch gerne aber wenn wir halt vertrauliche Informationen bekommen dann sagen wir natürlich niemals woher das gehört halt auch dazu und das ja ja obwohl Moment ist übrigens falsch also wenn wir vertrauliche Infos bekommen dann geben wir die natürlich auch gar nicht raus ich meine vertraulich im Sinne von wenn uns jemand sagt ich gebe dir das weiter du kannst es veröffentlichen aber sag bitte nicht woher dann sagen wir auch nicht woher das so viel nur dazu ähm wer wer uns was gesagt hat ohne uns direkt anzusprechen ist Amazon Großbritannien die haben nämlich das Lego Art 21 226 Create Together äh vorgestellt ganz überraschend und ja das ist das erste Art Set was nicht für Adults gedacht ist sondern eher für alle also ab sieben richtig und man kann entweder einen großen Classic Spaceman machen oder man kann neun kleine Mosaik Sets machen ähm und davon insgesamt 36 Stück sind als Anleitung dabei man kann natürlich auch wenn man findig ist äh was eigenes kreieren aber es gibt ähm Anleitungen zu 37 Motiven insgesamt äh mir gefällt das Set sehr sehr gut wegen des Classic Spaceman ähm genau ich muss tatsächlich selber sagen diese kleinen Dinger da ist nix bei wo ich denke ach ja gute Idee da wäre mir tatsächlich fast lieber gewesen dass sie so wirklich kleine Sets gemacht hätten weißt du so wo du auch an der an der ähm an der Kasse stehst und nochmal überlegst so was nehme ich im Lego Store mit und dann ach hier guck mal so ein Hamburger hätte ich gerne oder ein Einhorn oder ähm das Gesicht von einem äh von von einem ähm Minifigur oder so oder Hund Katze Dino wo ich so ein Ding einfach mal gerade mitnehmen kann und nicht so ein großes Set für 120 Euro mitnehmen muss um diese kleinen Dinger zu kriegen ja verstehe ich also dieses mit dem Ding finde ich auch einen coolen Ansatz ähm grundsätzlich finde ich das mal spannend dass Lego halt gesagt okay wir machen so ein Mosaik das vertreiben wir aber jetzt auch mal an Kinder und gucken mal wie das läuft wobei ich glaube dass die größten Fans wieder erwachsene Kunden sein werden weil die diesen Spaceman haben wollen weil das ist also das hätte auch aufs Cover gemusst also zumindest wenn man nach Avols geht ist jetzt wieder eine sehr beschränkte Sicht aber der ist ja so geil das finde ich so cool und deswegen wird sich das auch glaube ich super gut verkaufen weil das selbst referenziell ist von Lego das wird Lego Fans auf jeden Fall ansprechen und ich glaube für die ist das ein riesen Ding ähm und den finde ich extrem gelungen und gut und ansonsten ist das Set halt insofern cool weil es einfach eine sehr große Auswahl an bunten Rundfliesen hat die es in den anderen Sets in der Menge nicht gibt also dass man halt so viele unterschiedliche Farben hat ich weiß gar nicht wie viele sind 1 2 3 4 12 oder so ähm 1 2 3 ganz viele also genau 1 2 3 ganz viele und äh ja riesen Fan finde ich toll soll am 1. November kommen ähm 4138 Teile 119 Euro 990 UVP macht 2,9 Cent pro Stein äh wie erwartet günstig ähm für ein Lego AZ und 37 verschiedene Motive lassen sich bauen ja und weiter geht's mit äh äh Lego Creator 3 in 1 da gibt's äh die Neuheiten für 2022 die wir ähm aufgelistet haben da könnt ihr euch mal ein bisschen durchklicken wir gehen da jetzt nicht im Einzelnen drauf ein ähm das machen wir dann erst wenn's Bilder gibt ähm wir haben euch die ähm äh Neuheiten bei Creator für Januar und März äh mal aufgelistet ähm und weitere die noch kommen sollen ähm wo wir auch den den ähm noch nicht ganz ganz sicher sind mit dem äh Setnamen ähm unter Vorbehalt haben wir den mal ähm reingeschrieben aber der ist noch nicht ganz fix ähm dazu würde ich gerade gerne noch kurz einmal reingrätschen also die Setnamen die haben wir so übernommen von den Kollegen von Promobricks also die haben berichtet über diese drei Sets U-Boot Nudelshop und Wikinger Schiff mit Seeschlange da wissen wir halt nicht genau wie die Setnamen sind deshalb stehen die so in eckigen Klammern aber da Credit an die Kollegen ähm die Info hatten wir nämlich soweit nicht aber die anderen Dinge in der Liste ähm können wir so verifizieren ja dasselbe gilt für äh die Lego City Neuheiten die im Januar kommen das sind einige ähm bei einem äh haben wir auch den Namen übernommen ähm wo wir äh die da Credit weitergeben ähm an die Kollegen und ähm ja dann haben wir noch drei äh City Neuheiten im März das war dahingehend alles äh auch bei Ninjago gibt es äh Neuigkeiten ähm und Neuheiten also auch da geht's weiter ähm auch direkt im Januar wieder einige Sets und im März äh kommen dann nochmal vier dazu von denen von denen wir bis jetzt aktuell wissen und ähm ja auch äh heute haben wir nochmal ähm 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 Artikel zu veröffentlicht zu Harry nee gestern oder ich bin gerade unsicher heute heute morgen ähm heute morgen Harry Potter heute morgen Harry Potter ähm das sind ähm momentan wieder zwei ähm Moments Sets ja sorry ich wollte äh äh ich wollte hier einmal kurz reingrätschen also grundsätzlich äh wir arbeiten jetzt gerade so ein bisschen die die 2022 Neuheiten ab so Stück für Stück kommen jetzt die Artikel und dann machen wir demnächst auch natürlich wieder eine ganze Liste mit den Dingen die wir bisher wissen bisher ist es halt vor allem Credit Reihen 1 City Ninjago und Harry Potter die anderen folgen jetzt so in den nächsten Tagen äh wir hoffen dass dann über das Wochenende vielleicht noch ein bisschen was kommt ähm äh genau und wir sprechen dann nochmal ganz ausführlich äh über die ganzen Neuheiten wenn wir dann Bilder haben davor ist das immer so ein bisschen äh ja Kaffeesatzleserei wie die Dinger denn aussehen könnten und was vielleicht cool ist das einzige was ich gerne noch sagen würde dazu ist dass ich es natürlich schade finde dass bei Creator ein Wikinger Schiff erscheint weil das natürlich die Chancen von dem Wikinger Schiff von Jonas bei Lego Ideas dramatisch schmälert wenn das denn stimmen sollte wovon wir ausgehen das heißt schade an der Stelle aber grundsätzlich natürlich cool dass Wikinger wiederkommen wobei ich tatsächlich sagen muss ähm gerade Creator 3 in 1 ist halt ja nicht ähm bekannt für seine filigrane Bautechnik ähm und deswegen ähm hätte ich mir sehr 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 deutlich ähm ein äh das hätte von ähm Jonas Kramm gewünscht ja also das Ding ist es haben ja auch schon Leute gesagt so ja Moment es kam doch äh wann war es 2020 kam doch die Pirate Bay und das Creator 3 in 1 Piratenschiff ähm 2021 kam die mittelalterliche Schmiede und die Burg warum kommt dann nicht 2022 ähm zweimal was von Wikinger einmal bei Ideas und einmal halt bei ähm bei Creator 3 in 1 so wie die Jahre zuvor es wäre halt seltsam wenn es zweimal äh ein Schiff wäre fürchte ich und ich glaube die Wikinger Festung die mal bei Ideas war die hat schon eine Absage oder ich weiß es gerade gar nicht frag mich nicht da bin ja ich bin ich bin nicht Olli der 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 hat ja dafür ein Gedächtnis vom Feinsten ap apropos vom Feinsten apropos vom Feinsten das längste äh Lego Set seit aller Zeiten wurde offiziell vorgestellt und zwar wann ja heute heute eben gerade quasi gefühlt vor 5 Minuten real vor knapp 3 Stunden ähm es ist äh die Lego Titanic Set Nummer 10294 und hier hätte ich jetzt gerne ein paar Minuten ähm stell dir vor ich bin jetzt der äh der Zeuge Jehovas der bei dir an der Tür klopft und fragt haben sie 5 Minuten um mit mir über den Herr und Erretter die Lego Titanic zu sprechen Rick hast du 5 Minuten ja auch wenn ich Pastor Fari bin ja ähm ja Lego hat nachdem es Leak Bilder gab die ähm äh verbreitet wurden die kann man vielleicht mal ganz kurz einen Schlenker machen ähm die vielleicht sogar von einem deutschen Review Exemplar irgendwie äh stammten zumindest äh waren die ersten die das irgendwie so öffentlich gepostet hatten so wie ich das gesehen hatte äh die ähm Augustine Brothers wobei die sagen dass sie es nicht waren sondern dass sie das von so einer anderen Seite haben bei Promobricks wurde das dann im Nachhinein auch geändert äh im Nachhinein kann ich nicht mehr ganz nachvollziehen oder kann man nicht mehr ganz nachvollziehen wer denn jetzt nur der erste war aber Fakt ist da wurde ein Review Exemplar abfotografiert der Karton dann wurde ein Leak Bild geteilt und dann hat auch gestern Promobricks ähm schon vor der offiziellen Vorstellung ähm sehr viele Details zum Schiff geteilt ähm ich bin mal gespannt ob Lego da nicht mal irgendwann sich einfach sehr darüber ärgert dass diese Review Exemplare anscheinend rumgeschickt werden wie ja als gäbe es halt kein Halten mehr ähm diesmal war das halt irgendwie so gefühlt näher ne sonst sind die Leaks kamen oft aus Asien oder USA und waren so weiter weg und diesmal war es halt so gefühlt vor der eigenen Haustür ähm ich glaube bei Lego ist man da auch ganz schön frustriert gerade bei so einem Set ist es natürlich schade dass wenn man das irgendwie ähm geplant hat für einen bestimmten Termin zur Vorstellung und dann halt auch Review Exemplare verschickt und so wenn dann halt vorher was auftaucht aber so ist es nun mal heute war es dann offiziell soweit heute äh durften dann auch Recognize Lego Fan Medien um 15 Uhr das veröffentlichen wir sind zwar nicht anerkannt halten uns aber trotzdem an diese ähm Embargos von Lego einfach weil wir das für richtig halten für fair und ähm für fair ja beziehungsweise wir veröffentlichen es dann in dem Moment wenn es auch im Lego Online Shop sichtbar ist dann äh das war glaube ich eine Minute vor 15 Uhr war es in USA gelistet und dann haben wir gesagt okay dann ist es jetzt öffentlich und offiziell und dann hauen wir es auch raus ja am 8. November soll es regulär erscheinen ab 1. November ist ein Vorverkauf ich glaube auch ein VIP Vorverkauf wobei Lego da nicht ganz klar war ob es für VIPs ist aber ich glaube schon ich meine ich hätte das so gelesen ähm auf jeden Fall ab 1. November könnt ihr das Ding dann irgendwie bei Lego im Online Shop bestellen 9.090 Teile inklusive Karton ähm 12,8 Kilo bringt es auf die Waage 135 cm lang Maßstab 1 zu 200 629,99 Euro das so als harte Fakten Rick wie findest du das Set ich finde es ist attraktiv gebaut es ist gigantisch gebaut es ist ein absoluter Hingucker aber ich hätte nicht gedacht dass ich so unterwältigt bin also es ist nicht so dass ich ich habe eigentlich gedacht so wenn ich die offiziellen Bilder sehe und wenn ich ähm diesen ersten Eindruck davon bekomme dass mich das wirklich flasht ich weiß nicht warum ich das gedacht habe ähm aber das Set war halt also das 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 Ursprüngliche war halt ein Phänomen 1912 als es vom Stapel lief das größte ähm äh Schiff aller Zeiten zu dem Zeitpunkt ähm und total beeindruckend und ich weiß nicht warum aber ich hatte irgendwie sowas auf der Wahnsinn von ähm dem Lego Set ähm obwohl ich viele Sachen richtig gut finde also das ist ja so modular aufgebaut man kann die riesen Motoren äh raus nehmen und sowas ähm das ganze Ding ist halt 135 cm lang und 44 cm hoch das ist also es ist phänomenal gebaut die du es ist keine ähm und trotzdem hast du nicht diesen Wow-Faktor weil du sagst jetzt irgendwie du ähm ja du hättest irgendwie das so erwartet dass es genauso wow ist wie damals das das Schiff im Original und ich muss sagen genau das hab ich nämlich bei mir gar nicht ich weiß nicht warum ich find so ich ich habe ich hab das vorhin schon mal im äh vorgespräch hier gespoilert ich hab das bei diesem Schiff hab ich so das Gefühl ich hab Bauten in dieser Form von verschiedenen Ausstellungen Lego Ausstellungen als Mock schon so oft gesehen dass das nichts besonderes mehr für mich ist das so so fühlt es für mich an zumindest es ist natürlich ein gigantisches Lego Set aber ich so obwohl ich auch wirklich ähm viel Lust und Interesse an Schiffen und Schifffahrt habe ähm es ist halt auch verbunden mit so einer schlimmen Tragödie was dieses haben wollen auch irgendwie für mich komischerweise nicht so greifbar macht wie ich das eigentlich gedacht hab weil ich eigentlich dachte boah dieses aber irgendwie schwingt da was ungutes bei mir mit wo ich sage ja es ist ein beeindruckendes äh Ding würde ich mir gerne mal irgendwo angucken wenn das irgendwo aussteht in einem Lego Store oder sowas aber haben möchten ne das steht auf keinem äh Fuß es ist ganz anders zum Beispiel als das Kolosseum was ja halt auch ein großes Set ist aber und auch beeindruckend und auch filigran und auch teuer aber da hätte ich so ein ja hätte ich gerne irgendwie aber das hätte ich nicht das ist so das ist so witzig wie unterschiedlich wir sind das ist bei mir das exakte Gegenteil das Kolosseum könnte mir nicht egaler sein hätte ich fast gesagt und hier bei der Titanic dachte ich am Anfang sie wäre mir total egal und dass sie mich nicht überzeugen könnte weil ich mit Schiffen nichts zu tun habe und dann sehe ich die Bilder von diesem Ding und schaue mir dann also visualisiere mir die schiere Größe von dem Teil und ich bin so begeistert davon ich finde die haben das so detailliert umgesetzt und ich habe wirklich auch am Anfang wir haben ja die ersten die Gerüchte berichtet haben auf keinen Fall aber wir haben irgendwann auch über die Gerüchte gesprochen dass die Titanic kommen soll und dann gab ganz oft in den Kommentaren war so ja aber wie soll die denn besser werden als die von Kobi und Kobi hat auch schon eine geile Titanic was will man mehr und ich habe mir die von Kobi angeguckt und habe auch gedacht ja Mensch das ist ein geiles Set also wenn man Schiffe mag da muss Lego sich erst mal dran messen das muss Lego erst mal besser hinbekommen und jetzt sehe ich das so und kann für mich ganz subjektiv sagen ja hat Lego also ja natürlich ist es auch deutlich teurer aber es ist halt auch um ein vielfaches größer also in also in der Länge ist es quasi zwei also das Kobi Titanic ist zwei Drittel der Länge der Lego Titanic aber natürlich auch entsprechend zwei Drittel in der Höhe und zwei Drittel in der Breite und das heißt im Endeffekt muss man die die zwei Drittel hoch drei nehmen um die um das Volumen zu haben und da entspricht halt das das Volumen der Kobi Titanic nur 30% von dem was jetzt die Lego Titanic hat das passt dann auch mit der Anzahl der Teile das passt mit dem Preis die haben den gleichen Teilepreis ungefähr das passt mit dem Maßstab Kobi Titanic hat 1 zu 300 Lego Titanic jetzt 1 zu 200 also Lego hat einfach da eine ordentliche Schippe drauf gesetzt und wie ich finde auch die Details besser gelöst wobei das natürlich auch Geschmackssache ist also Kobi hat zum Beispiel die Beibote einfach ein fertiges Teil so und Lego hat Brick Build ich mag das ich mag dass Lego nicht für alles ein neues Teil macht wenn es geht sondern versucht das halt aus Teilen zu bauen und dafür haben sie finde ich auch ziemlich talentierte Designer die das gut hinbekommen aber da verstehe ich auch voll wenn Leute das andersrum lieber mögen oder wenn Leute sagen das Ding von Lego ist mir viel zu groß wo soll ist ein tolles Set für mich hat Lego sicherlich auch wegen dem Effekt der Marke aber auch wegen der beeindruckenden Größe und der beeindruckenden Länge von einem Meter 35 einfach einen extremen Haben-Will-Effekt ausgelöst den ich mir selber gar nicht so richtig erklären kann aber ich glaube es kommt vor allem durch einen Punkt der mich extrem positiv überrascht hat ich habe mir da vorher nicht so Gedanken drüber gemacht aber für den platzgeplagten ist die Titanic ja fast schon so einfach auszustellen wie so ein Lego Art Mosaik weil du brauchst also Lego Art Mosaik hängst du an die Wand und hier brauchst du aber einfach nur ein Regalbrett das muss irgendwie die 12 Kilo aushalten können oder das fertige Set wird wahrscheinlich unter 10 Kilo aber du brauchst halt ein stabiles Regalbrett aber das muss ja nur 20 Zentimeter tief in den Raum ragen dann kannst du locker draufstellen dann ist überhaupt kein Problem und oder auf den Kaminsims oder so gut Kamin anzünden ist da natürlich doof wenn das oben drauf steht aber die ist so also der Millennium Falken da brauchst du einen eigenen Tisch für Colosseum brauchst du ein eigenes Tisch für Tatschmahal eigener Tisch so und die Titanic die lässt sich halt einfach einfach irgendwo hinstellen und ist trotzdem halt so beeindruckend und so schön und detailliert richtig verliebt ich gebe dir in allem recht und das ist auch tatsächlich so ein bisschen so wie dieser Vergleich zwischen Kobe und Lego in dem Fall ist so ein bisschen wie bei einem Battle Rap wenn ein recht guter talentierter Rapper auftritt und kommt und dann kommt Eminem und haut einen raus und droppt das Mic so so ungefähr fühlt sich das an mit dem Titanic weißt du so Rechnet Eminem als Vergleich okay ich finde er ist richtig gut als Battle Rapper aber egal ja wo ich halt wirklich Sorge hatte zum Beispiel am Anfang war halt dass natürlich Leute kommen werden und kritisieren werden die Sticker am Lego Modell turns out Lego hat sich wirklich Mühe gegeben und hat wahrscheinlich weil hat auch Lego klar war okay der Vergleich wird gezogen werden es gibt keine Sticker Lego hat diesmal alles bedruckt auch schwarze Teile sind bedruckt und das Typenschild da hat man sich halt ausgeholfen weil Lego ja sehr ungern diese 8x16 Fliesen in schwarz bedruckt und hat das halt jetzt gebaut aus Einzelteilen und da mit den mit den Tastaturtasten von der Schreibmaschine halt Titanic drauf geschrieben das war es mehr gibt es halt nicht ist jetzt nicht unbedingt super schön ich finde das reicht aber es ist ein Typenschild genau es reicht weil man braucht es eigentlich eh nicht also wer hätte denn so ein UCS mäßiges Typenschild in schwarz daneben stellen wollen ich ehrlich gesagt nicht hier das hier schmeißt man in eine Kiste weg damit warum auch immer drei Teile dabei sind die schmeißt man auch in eine Kiste weg damit und dann hat man halt einfach die Titanic da stehen und hat halt auch also was ich halt auch geil finde die Abnutzung weißt du die Abnutzung achso ja weil man so viel bauen muss dass man drei braucht vielleicht wollte Lego einfach 9090 Teile haben vielleicht ist aber auch die Anleitung so gestaltet dass du mit drei Mann gleichzeitig dran bauen kannst weil es ja auch drei Elemente sind weißt du ja ich würde an der Stelle übrigens ich habe es selber noch nicht gesehen aber ich habe gesehen Henry hat ein Review Video gemacht zwei das zwei dann kann man Teil eins und Teil zwei da findet man bestimmt weitere Details dazu ja lohnt sich lohnt sich lohnt sich kann man unbedingt gucken genau ein weiteres ein weiterer Teil meines kleinen Liebesbriefs hier ist was die Innenausstattung angeht klar ganz im Innern ist natürlich viel viel farbig gebaut ich finde das angenehm beim Bauen mich stört das nicht wenn da gelb grün blau rot verbaut ist ist mir vollkommen egal Hauptsache man sieht es später nicht das ist hier glaube ich gegeben aber an diesen Schnittkanten weil das ja aus drei Teilen so zusammengesetzt wird hat Lego halt einfach die Inneneinrichtung gebaut da sind Betten angedeutet da ist ein Pool angedeutet die Motoren funktionieren du kannst die halt drehen und dann dreht sich halt die Schiffsschraube mit so ey geil und das ist was wo ich halt auch denke da ist halt das braucht man natürlich in ein Prozent der Fälle nur weil ansonsten steht das Ding halt wirklich nur irgendwo rum und wird begutachtet aber du kannst es halt auch aufmachen zum Kollegen gehen und sagen hier guck mal wie geil ich kann da drehen dann dreht sich das und also für mich ist das gefühlt ich hab's ja selber noch nicht gesehen ich möchte das gerne nachholen aber wenn ich mir so die Bilder angucke und überlege was löst das bei mir aus dann löst das bei mir ein gefühlt größtes Lego Set aus es ist zwar nicht das mit den meisten Teilen weil das ist dieses blöde Mosaik aber das zähle ich einfach nicht weil es ist halt nur ein Mosaik die Weltkarte und es ist auch nicht das schwerste zumindest was Gewicht im Karton angeht das ist der Millennium Falcon das reine Produktgewicht wissen wir noch nicht aber so gefühlt so alles in allem dadurch dass es halt das längste Set ist ähm hab also ich glaube es ist gefühlt das größte Lego Set bisher weißt du ein bisschen was ich meine Lego sagt das ja wortwörtlich ähm sie sagen ja ein kolossales Modell mit einer Länge von 135 cm ist die Titanic das größte Lego Set aller Zeiten in Klammern Stand 2021 das schreiben die ganz offiziell auf der Produktseite echt ja Gott ja okay es stimmt halt nicht ne aber ja aber wenn du es auf die Länge beziehst schon ich habe jetzt übrigens gesehen Lego hat selbst auch wir haben ja schon seit langem eine Liste mit größten Lego Sets aller Zeiten die wir immer schön aktuell halten Lego hat selbst jetzt auch so eine Liste und die ist einfach völlig falsch die ist völliger Bullshit die ist erstens schreiben sie es sei eine Top 10 dabei ist es nur eine Top 9 dann schreiben sie irgendwie und dann ist die Reihenfolge falsch dann sind die Sets da drin falsch die haben wir hier vergessen und falsche da reingeschrieben das ist wirklich einfach so billigstes Outsourcing an irgendeiner Agentur also wenn ihr eine gute Liste mit den größten Lego Sets aller Zeiten haben wollt dann nehmt bitte nicht die von Lego sondern unsere sorry aber die ist ein Haufen Quatsch von Lego was ich sehr interessant finde ist ähm dass obwohl es jetzt nicht mehr auf dem Karton drauf steht es ist eindeutig als Lego als Lego Creator Expert gekennzeichnet es ist darunter im Lego Online Shop wie immer es ist so ja machen wir nicht mehr machen wir doch machen wir nicht ja wir wissen auch nicht ja wir ändern mal was ja wir ändern es nicht ich glaube Lego hat da einfach noch kein neues Logo für ich glaube das heißt jetzt intern Iconic bei denen ähm ja im Shop nehmen sie noch Creator Expert ich check also wir nehmen auch so lange weiter Creator Expert wie es im Shop so heißt und dann wenn nicht mehr dann überlegen uns was anderes ja also wie gesagt es ist ein ganz ganz tolles Set was ich nie ganz ganz gar nicht haben will ja ganz abgesehen dass ich es eh nicht mir leisten könnte also wenn ich so viel Geld für Lego übrig hätte auf einen Schlag würde ich mir eh die Millennium Falcon holen drauf gepupst bei mir ne also das Ding ist halt natürlich ist das super teuer deshalb würde ich mir das auch dreimal überlegen ob ich mir das kaufe aber bei mir ist halt auch noch der Punkt dieses naja äh jetzt was kaufen was dann irgendwie also ich will mir nicht mehr was kaufen was dann nur noch auf dem Pile of Shame landet also entweder ich baue es halt oder ich kaufe es erstmal nicht so das ist jetzt zumindest mein Plan ähm aber hier gerade wenn man es wirklich mit drei Leuten bauen kann fände ich das irgendwie eine coole Sache irgendwie hätte ich Lust das zu bauen ich hoffe ich finde mal die Zeit dazu dann schaffe ich mir das an und dann baue ich das und stelle es auf einen Kamin-Sims ich muss mir nur vorher einen Kamin anschaffen mit Sims so einen elektronischen mit so einer wo so Blätter drin wackeln mit so rot-orange angeleuchtet sind ja ja also 18. November startet der Verkauf ab 1.11. ist irgendwie Vorbestellung steht jetzt steht im Lego Online Shop jetzt auch ähm es wird gar großartig ich freue mich drauf ja ähm dann würde ich sagen themenmäßig haben wir jetzt einen großen Batzen an Themen rund um Lego Stores ich würde mal sagen wir sprechen da am Anfang einfach mal eine Leseempfehlung aus für gleich drei Artikel mittlerweile nämlich hat Oliver seine Tour de Lego gestartet und führt uns durch alle deutschen Lego Stores er fängt an am Lego Haus auch wenn es kein deutscher Lego Store ist aber es dient so als Auftakt der Serie dann sind jetzt aktuell schon die Artikel zu Hamburg und Hannover Online und die nächsten Folgen in Kürze und äh da kommen jetzt in ich würde mal sagen regelmäßigen Abständen immer so möglichst zwei Artikel pro Woche wollen wir irgendwie schaffen dass die Stores vorgestellt werden immer mit so ein bisschen Reiseempfehlungen ähm ein bisschen die Umgebung erklärt ein bisschen Besonderheiten der Stores erläutert und so ich glaube das ist eine coole Sache und ich äh freue mich da sehr drauf wenn es weitergeht deshalb checkt das unbedingt aus ihr findet die Links zu den Artikeln natürlich auch in den Shownotes ich finde den Ansatz halt auch richtig cool und ich finde die Geschichte an sich richtig cool und ich finde halt genau was mich begeistert ist dieser Ansatz ähm zu gucken was ist in den einzelnen Läden so das Besondere das war bei mir als ich nach London gefahren bin ähm leider noch nicht der Fall und hinterher habe ich dann gesehen ach das gibt's da das gibt's da das gibt's da hätte du das mal vorher gewusst als du in London warst hättest du dir die und die Sachen ähm günstiger besorgen können ich habe sie mir dann im Nachgang äh teilweise besorgt aber ja so ist es eine tolle Hilfe ähm sich einmal umzugucken ja auf jeden Fall deshalb ähm schaut da unbedingt rein wo wir eben über die Titanic gesprochen haben ähm es macht ein oder es hat ein Lego Store auf der AIDA Prima aufgemacht äh das nur so als ja Randnotiz ähm ich selber persönlich finde das halt super uninteressant aber es war für viele Leute ein Riesending ein Riesenthema ich hätte nicht gedacht dass so viele Leute kreuzfahrtaffin sind ich verstehe auch nicht wie Lego ausgerechnet auf ein Kreuzfahrtschiff irgendwie ein Store eröffnet aber gut äh ich will das jetzt gar nicht groß diskutieren sollen sie machen ich tatsächlich habe ich mich ähm mit ein paar Leuten unterhalten ich kenne auch jemanden der ähm äh bei äh für AIDA arbeitet ähm und hatte da mal so die sind schon auch bemüht viel mit äh mit ökologischen ähm vorwärts Schritten zu gehen und für viele ist es halt auch ein Bedürfnis mal so eine Kreuzfahrt zu machen aber was ich mir halt ähm das ist so intern so ein bisschen in den Gesprächen stell dir vor da geht ein Bärchen auf das äh auf das Schiff und der Mann findet alles langweilig oder die Frau ist ja völlig egal einer von beiden findet alles langweilig und kauft sich da den Millenio Falcon oder die Titanic oder so setzt sich auf seine Biene baut das Ding und muss es dann hinterher zusammengebaut irgendwie vom Schiff bringen wenn sie wieder zu Hause äh anlanden oder ähm Ziel Bahnhof und dann zurückfliegen Bahnhof hab ich Bahnhof gesagt Zielhafen ankommen und dann zurückfliegen oder sowas müssen oder zurückfahren oder was auch immer ich stelle das gerade bei den großen total sinnlos vor Schatz du musst meinen Koffer ziehen ich trage den Millennium Falcon ja ja also ich persönlich ich weiß auch das will ich auch noch sagen AIDA ist sicherlich ich hab mir da verschiedene so Umwelt äh genau NABU Kreuzfahrtranking für 2020 und 2021 hab ich mir angeschaut ähm da ist AIDA sicherlich einer der besseren aber ähm ich weiß gar nicht mehr woher das Zitat stammt aber stell dir vor du bekommst drei Haufen Scheiße serviert ähm und das hab ich auch so ein bisschen das Gefühl bei 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 so Kreuzfahrten so es ist halt einfach es bleibt aktuell zumindest mal noch eine sehr unökologische Art zu reisen aber ich will das ich will das gar nicht kritisieren weil jeder ne wer für den ersten Stein wer federfrei ist ich bin's nicht ähm ich find's nur irgendwie weil es halt so einen schlechten Ruf hat verstehe ich nicht dass Lego die jetzt gerade so viel Wert auf den Nachhaltigkeitsaspekt weglegen zumindest in ihrer Kommunikation ähm dass die dann das so eröffnen mit Pressemitteilung und allem drum und dran verstehe ich nicht weil ich das einfach ungeschickt finde ähm aber mein persönlicher Grund ist einfach dass ich Kreuzfahrten so stinklangweilig finde und mir das nicht vorstellen kann wie das auch nur ein ansatzweise interessanter Urlaub ist und sorry der ändert auch ein Lego Store an Bord nichts dran aber das ist auch eine ganz persönliche Meinung das ist also da möchte ich noch zwei Sachen zu anmerken ähm das eine ist äh wir haben gerade über die ähm äh Store der Lego äh Stores in Deutschland ähm angesprochen also sind da selber ähm ich glaube die ist der Olli auch nicht mit dem äh Fahrrad gefahren ne ist nicht mit dem Lastenfahrrad unterwegs gewesen ne also klar deshalb wie gesagt ich will das auch jetzt überhaupt niemanden individuell kritisieren auf gar keinen Fall mir geht es nur darum dass der Ruf der Kreuzfahrt nicht der beste ist und Lego ähm damit in der Kommunikation finde ich sich ja sag ich mal angreifbar macht aber äh ist jetzt auch überhaupt nicht tragisch äh I get it ähm das andere ist ähm ich versuche ja auch immer so ein bisschen drauf zu achten auf viele Sachen und ich habe ja schon gesagt dass ich ähm so meine Guilty Pleasures habe die ich nicht abstellen kann wie das Kapselkaffee für mich die beste Variante ist seit es Kaffee gibt weil ich noch nie leckeren Kaffee äh getrunken habe den ich regelmäßig immer gleich habe ohne dass ich äh studiert haben muss oder so dafür ähm also Baristologie genau das ist ja die eine Sache und die andere Sache ist ja dass du äh als Heizung bei dir in der Wohnung einfach ein offenes Fass hast wo du Diesel einfach verbrennst so an der frischen Luft das ist das andere glaube ich äh das kannst du einfach nicht sein lassen ne das ist jetzt kein äh äh Diesel mehr ähm ich bin umgestiegen auf äh Kerosin das brennt heißer ja genau das macht das macht schön warm aber das sorry also ich gebe mir wirklich große Mühe aber das kann ich einfach nicht sein lassen dass ich einfach mal abends auch aus Spaß einfach so ein Fass voll mit Diesel anzünde und dann rappe ich Eminem das ist einfach ähm das ist so ein guter Battle Rapper ja äh auf der anderen Seite ähm mein nächstes Guilty Pleasure wäre ich könnte mir nichts genialeres vorstellen als mit dem Schiff eine Kreuzfahrt zu machen so Gott oh Gott wie wie also das wir beide schaffen zusammen Podcasts zu machen das ist heute ein Rätsel und ich liebe Meer und boah ich ich würde wirklich so gerne wenn das irgendwo im Atlantik oder so ähm so das Schiff mal hält und man hat so tausend Meter nichts unter sich außer Wasser da mal ins Wasser zu springen da ist ja Wasser da mal ins Wasser zu springen das wäre für mich das aller aller coolste ich hab dir schon mal aber das macht man doch nicht ich hab schon mal doch es gibt schon äh gewisse ähm Plätze wo man anhält wo man äh Wassersportarten machen kann oder wo man ähm Hafen aber mitten mitten auf dem Meer glaube ich macht man das tatsächlich nicht ich glaube auch weil dann heißes Mann über Bord und äh das will man nicht ich hab ja schon mal erzählt dass ich in in Rodos schon mal von einem äh von der Fähre gesprungen bin äh einfach weil ich das Meer so geil fand in dem äh Hafen jetzt reden wir auch Rick über Bord ich wollte gerade sagen Rick über Bord äh jetzt reden wir doch schon wieder viel zu lange über diesen Store auf der Aida ich wollte das eigentlich nur als kleine Randnotiz machen aber da machen wir die anderen als Randnotiz ähm es gibt konkrete Infos zum neuen Lego Store in Bonn wo der aufmacht äh hat der Generalanzeiger äh nämlich berichtet die haben auch ein kleines Interview mit uns geführt ähm in dem Zusammenhang äh genau im Urban Soul Neubau soll das entstehen äh ja alle Infos dazu findet ihr im Beitrag dann gibt es einen neuen Lego Store in Dresden genau der eröffnet in der Altmarktgalerie auch dazu findet ihr alle Infos bei uns im Beitrag da war Oliver sogar schon vor Ort hat ein paar Fotos gemacht und dann hat Lego zu allem Überfluss auch noch ähm die neuen Lego Stores alle bestätigt also hat äh jetzt heute glaube ich ganz frisch ne gestern war es bestätigt dass neue Lego Stores in Dresden in Bonn in Oberhausen sein sollen wobei Oberhausen halt ein Umzug ist also der zieht intern ein paar Läden weiter in der ähm im wie heißt es da hier Zentro genau Zentro in Oberhausen äh wird umgezogen und äh wird da sehr 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 viel mehr Platz bekommen ähm äh ist jetzt äh nach wie vor im ersten Obergeschoss aber ähm kriegt zwei neue Parzellen statt bis jetzt nur einer ähm richtig viel Platz für einen Lego Brandstor genau der hat heute übrigens aufgemacht ähm ich kann leider nicht da sein ich nehme hier einen Podcast auf aber der hat heute aufgemacht dann folgt Dresden am 21. Oktober Bonn folgt am 4. November und dann macht noch ein zweiter Store in Berlin auf das war tatsächlich neu an den News von Lego am 2. Dezember in der Mall of Berlin macht er auf irgendwie rund drei Kilometer weg vom bisherigen Store in der ähm Tauenzienstraße heißt es glaube ich Tauenzienstraße Tauenzienstraße genau da wird äh finden immer die Tauzimeisterschaften statt glaube ich nein Tauenzienstraße die äh ich bin ich bin da mal mit der U-Bahn lang gefahren und dann sagten die so nächste Handtestelle Tauenzienstraße ne das kann man so gar nicht verstehen ja also viele neue Lego Stores in Deutschland alle machen noch vor Weihnachten auf ähm ich find's ja cool äh aber vergesst mit den armen Lego Online Shop nicht wegen der Affiliate Entschuldigung ähm ja irgendwann stellen wir euch dann die neuen Stores bestimmt auch noch im Rahmen der Tour de Lego vor aber für die aktuelle Tour sind die noch nicht eingeplant ähm das ziehen wir aber dann irgendwann mal bestimmt noch nach so ja wir haben ja noch ein paar sonstige äh Geschichten ich würde dich bitten äh anzufangen ja ich äh reiche noch eine kleine Sache nach wir waren uns glaube ich im Vorgespräch auch beide nicht mehr ganz sicher ob wir da nicht schon irgendwie äh mal drüber geredet hatten ob wir das nicht schon mal erwähnt hatten aber äh ja ich sag's jetzt hier nochmal also Lego hat ein weiteres Statement zu den Preisanpassungen in Westeuropa veröffentlicht hat uns dabei ähm ja also diskreditiert ja muss man leider so sagen also wir hatten ja von den Preisanpassungen berichtet hatten dann bei der Presseabteilung in Deutschland angefragt haben von denen ein offizielles Statement zurückbekommen das hat anderthalb Tage gedauert anderthalb Arbeitstage bis wir das bekommen haben wir hatten schon dazwischen lag noch ein Wochenende aber anderthalb Arbeitstage bis wir das bekommen haben uns wurde gesagt bitte poste das so wir haben das gepostet dann hat Lego im LAN noch ein weiteres Statement veröffentlicht hat darin unter anderem gesagt hat auf unser Statement verwiesen hat gesagt dieses Statement ist nicht offiziell und das andere Statement ist nicht korrekt hat also quasi gesagt wir hätten wirklich ich war richtig schlecht belaunt weil das ist einfach eine falsche Anschuldigung wenn das nicht korrekt und nicht offiziell ist das mag ja sein aber dann muss Lego sich bitte hinstellen und sagen wir haben das verkackt unsere interne Kommunikation weil genau das ist passiert wir haben ein Statement bekommen was anscheinend nicht mit irgendeiner internen Kommunikations Abteilung abgeklärt war aber sorry not my das ist so unprofessionell von Lego und dann haben nämlich andere internationale Seiten berichtet und haben gesagt das Statement was wir geteilt haben wäre nicht offiziell gewesen und das wäre falsch und da bin ich wirklich so sauer weil es einfach nicht richtig ist und es wurde auch teilweise international falsch weiter verbreitet es wurde getan als jedes Lego Set teurer haben wir nie behauptet wir hatten exakt 27 Sets oder so aufgelistet die teurer werden und haben bei den anderen gesagt dort bleibt der Preis gleich also es ist einfach nicht richtig was es davor geworfen wurde wir haben ja auch wir sind da ja schon in die Fehler Analyse gegangen und haben ja auch gesagt okay wir hätten das ein bisschen weniger reißerisch in der Überschrift machen können und ein bisschen klarer stellen können wie sich das gesamte Sortiment im Preis entwickelt also nicht nur sagen 27 Sets werden im Schnitt um 12 Prozent teurer sondern halt vielleicht auch sagen insgesamt wird das Portfolio um circa 1,9 Prozent teurer der UVP nach und über die Einkaufspreise wissen wir noch nichts das haben wir entsprechend auch aktualisiert der Beitrag ist mit einem Hinweis versehen dass wir da ursprünglich mal eine falsche Info drin hatten und haben da hätte ich mit leben können da hätte ich gesagt dann dann ist er halt falsch oder Lego sagt das war nicht gut kommuniziert oder keine Ahnung aber dass Lego uns vorwifft werden ein falsches Statement veröffentlicht ist einfach unfair und falsch hat mich richtig sauer gemacht ich habe mich daraufhin auch bei Lego extrem beschwert allerdings kann man teilweise auch mit der Wand reden da haben sich natürlich Leute bei mir entschuldigt haben gesagt hey das war nicht okay das war doof aber das werden wir öffentlich nicht sagen ja toll okay super ich finde halt alleine dieses Statement innerhalb des Ambassadornetworks ist halt so ein bisschen wie das fühlt sich so kindisch auch an weißt so nee nee gar nicht genau ich glaube genau so war es nämlich auch dass irgendjemand sauer war intern halt gesagt hat das was die da in deutschland rausgegeben haben als Statement ist halt quatsch das stimmt nicht wobei ich nicht weiß was daran nicht stimmt also es war halt einfach also ganz ehrlich ich finde das zweite Statement schlechter geschrieben als das erste aber gut das muss Lego selber wissen und dass sie dann halt so beleidigt waren dass dann im LAN kommuniziert haben das ist so unfassbar unprofessionell das geht nicht das muss Lego intern klären die können sich intern rumstreiten aber dann schreibt man im LAN wenn man das nochmal kommunizieren will hey wir haben hier noch eine Ergänzung oder hey das wurde von uns ein bisschen schnell rausgegeben wir haben hier ein aktualisiertes Statement aber nicht das ist nicht offiziell und nicht korrekt und dann so mit dem Finger auf uns zeigen und sagen die haben scheiß veröffentlicht sorry so war es einfach nicht das ist einfach eine Lüge Punkt und das hat mich so sauer gemacht und macht mich jetzt noch sauer und im zweiten Statement steht jetzt drinnen im Prinzip Moment ich muss es nochmal irgendwie gegenüberstellen es gibt halt im Prinzip zwei Sätze das ist genau the Lego Group has no plans to increase the recommended retail price of its portfolio of products und zwei Sätze später however on a small selection of sets the regular the recommended retail price will either go down or up depending on the set and the country so wir haben keinen Plan ähm oder wir wollen die Preise nicht ändern ach so außer bei den Produkten wo wir es doch machen wollen so und das ist halt einfach finde ich ein Widerspruch ja man kann halt sagen okay der erste Satz bezieht sich auf das Portfolio und der zweite Satz bezieht sich auf einzelne Sets das ist ja ein Unterschied ja okay aber ähm da war das erste Statement deutlich klarer finde ich naja wie auch immer ähm lass uns das hinter uns lassen ähm ganz ganz kurz noch ähm Lego hat uns ja mehrfach gesagt es werden auch Sets im Preis sinken sie wollten nicht sagen auch auf mehrfacher Nachfrage welche Sets das sein werden ähm oder wie viele es sein werden das heißt das wissen wir einfach nicht wir nehmen Lego da jetzt beim Wort bis wir das Gegenteil analysieren können ähm und was die Händlerpreise angeht ähm wird sich glaube ich ähm ähm also das ist auch nicht so wie es scheint ich glaube grundsätzlich dass uns hier eine gute Sache erwartet äh auch mit den Preisänderungen ja die OVP wird nach oben gehen das wird an manchen Stellen doof für uns sein an anderen Stellen gar nicht so aber da sprechen wir noch ein andermal drüber und analysieren das dann im Nachgang wenn wir wirklich alle Preisänderungen haben und ganz genauen Überblick darüber haben was passiert ist so jetzt habe ich mich auch genug aufgeregt zum nächsten Thema ähm das nächste äh das nächste Thema ist der Lego Halbjahresgewinn oh 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 ja ähm der tatsächlich in diesem Zusammenhang auch sehr dafür spricht dass die Preise wirklich mal deutlich erhöht werden sollten eigentlich also es wäre es wäre eigentlich nicht damit getan nur 27 äh Sets im Preis zu erhöhen und ähm vielleicht ein paar andere äh noch zu senken eigentlich müssen sie das gesamte Portfolio äh deutlich anheben weil ah der Nettogewinn wuchs beispielsweise nur um schlappe 140% der Gesamtumzeit um gerade mal 46% also das ist für ein Wachstum ha schwierig das ist also wenn man jetzt ein Aktienunternehmen wäre ähm boah die Aktionäre würden ausrasten ähm ganz ehrlich also Ironie mal beiseite ich halte das für ein extrem ungesundes Wachstum und da wird ja auch der CEO der Lego Gruppe recht deutlich dass er das am Ende auch einfängt und halt irgendwie so sagt so ey erwartet nicht dass das auch nur ansatzweise so weiter geht also da müssen wir auch mal ehrlich sein das wird schrumpfen ne also das wird also oder vielleicht wird es gleich bleiben aber es kann nicht nochmal so werden und nächstes Jahr werden die Leute sagen boah aber letztes Jahr waren die Ergebnisse so toll warum sind sie jetzt so schlecht ähm das hier muss man einfach als Ausreißer sehen und das sind unfassbare Zahlen die Lego hier ähm veröffentlicht hat das ist wirklich ähm ja klar man kann jetzt auf der einen Seite sagen vor dem Hintergrund wieso gibt es Preiserhöhung aber ich glaube dass es intern bei Lego eben nicht als Preiserhöhung gehandelt wird sondern als Preisanpassung für den europäischen Markt als Harmonisierung Händler in einem gewissen Teil von Europa sollen die gleichen Einkaufskonditionen haben und ähm die UVPs sollen die gleichen sein damit es zu weniger Verwirrung kommt das finde ich grundsätzlich begrüßenswert aber ja wenn man es einfach nur reduziert auf das Schlagwort Preiserhöhung dann ist es natürlich völlig unverständlich wobei ähm man muss ja auch ganz klar sagen dass in den letzten zwei Jahren sich sehr sehr viel ähm preislich auch verändert hat also die Kosten für ja für Erdgas für Erdöl ähm die Kosten für Transport ähm sind um ein Vielfaches gestiegen viele Sachen sind ähm in der Masse in der Menge durch auch höhere Nachfrage gar nicht so stark äh zu kriegen also so selbst wenn 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 die Produktion um 50% erhöht worden ist im Gegensatz vor einem Jahr ähm weil mittlerweile die Möglichkeiten die Kapazitäten wieder da sind ähm aber wenn die äh Nachfrage halt auch um 100% gestiegen ist in dem gleichen Zeitraum kommt es halt so vor dass nicht jeder kriegen kann was er haben will äh klar ähm auf der anderen Seite haben wir halt auch wahrscheinlich ähm durch die ähm äh durch das Kaufverhalten und die Produktionsschwierigkeiten die höheren Transportkosten ähm im Rahmen dieser Pandemie die ja nach wie vor noch anhält ähm das müssen wir ja ganz klar auch noch so sehen schon durchaus gibt es da Potenzial dass in den nächsten ähm ein zwei drei Jahren ähm vieles nicht so laufen wird und äh viele Gewinne dann nicht mehr so sind auch nicht nur bei Lego also ich glaube ganz grundsätzlich auch unabhängig von der Pandemie werden wir ein Problem bekommen was Lieferbarkeit angeht also ich sehe das jetzt äh Ikea hat so Teile vom Kleiderschrank so nicht lieferbar so wirklich langfristig nicht lieferbar wo man auch denkt dass also das wird einem ja gar nicht klar aber diese Verfügbarkeitsprobleme die sind ja nicht nur bei Halbleitern so sondern bei ganz ganz vielen Dingen bei Holz bei Baustoffen bei allem möglichen und da ist natürlich auch für Lego nicht alles so einfach die haben halt Glück weil die so eine riesen Bude sind weil die glaube ich sehr äh gute Beziehungen zu allen möglichen Lieferanten haben und dementsprechend auch da eine gewisse Sicherheit äh haben und dadurch dass sie natürlich auch so einen Gewinn haben müssen die wenn sich jetzt der ABS-Preis verdoppelt das wahrscheinlich nicht direkt an den Kunden weitergeben und ich glaube das tun sie auch nicht weil der ABS-Preis ist so ich habe jetzt keine genauen Zahlen aber der ist schon auch gestiegen und das ist bisher nicht äh zumindest nicht durch Preiserhöhung im laufenden Sortiment ähm ähm kompensiert worden so äh also grundsätzlich glaube ich machen andere Firmen haben die Preise höher geschraubt als Lego das bisher getan hat ähm aber ich glaube auch dass Lego das nicht durchziehen kann also ich glaube ja äh natürlich könnte Lego aber ganz ehrlich wenn man halt also das muss sich jeder mal fragen wenn man ein Unternehmen hat das natürlich auch also das Unternehmen dient dem Geld verdienen Punkt das das war es erstmal so ne man als privates Unternehmen kann man natürlich da hat man gewissen Gestaltungsfreiraum aber grundsätzlich geht es darum Geld zu verdienen und wenn die Nachfrage so extrem hoch ist und man sowieso mit dem Produzieren nicht hinterher kommt und dann auf der einen Seite die Kosten extrem steigen warum sollte man dann nicht die Preise anheben und sagen naja wir kommen ja mit Produzieren sowieso nicht hinterher dann heben wir die Preise ein bisschen an und verkaufen dann ja die Menge die wir irgendwie noch so gerade verkaufen können zu einem höheren Preis und machen mehr Gewinn das kann man dann scheiße finden aber so rein unternehmerisch nachvollziehen könnte ich das schon das ist ich glaube zwar nicht dass Lego das das macht weil sie halt sich auch nicht die Fans verprellen wollen man denkt da ja auch langfristig aber kurzfristig ganz ehrlich wenn man doch sowieso die Lager leer hat dann schraubt man doch für das was man da hat und was man produzieren und verkaufen kann den Preis hoch wenn die Nachfrage steigt das Ding ist halt auch und das verstehen oder vergessen viele Leute jedes Unternehmen ist von und ich habe das schon zigmal gesagt jedes Unternehmen auf dieser Welt ist dazu verpflichtet Gewinn zu maximieren das heißt wenn ich letztes Jahr ein Prozent mehr Gewinn gemacht habe reicht es reicht es nicht dass ich im nächsten Jahr das gleiche wieder mache sondern ich muss meinen Gewinn maximieren das ist einfach Steuerrecht so funktioniert das oder Wirtschaftsrecht so funktioniert Kapitalismus in einem in so einer Wirtschaftsindustrie in der wir nun mal leben und manche Unternehmen gehen dann hin und machen dann irgendwelche Sachen als Kompensation CO2 Kompensation Spenden für Benachteiligte und so was soziales Engagement und so was um auch Sachen wieder zurückzugeben als Verantwortung aber nicht alles davon ist Pflicht oder nichts davon ist im Prinzip Pflicht oder auch mal wenn man das Gefühl hat dass jetzt gerade eine richtig starke Zeit ist dass man dann auch mal weil Lego kennt ja auch schlechte Zeiten dass man dann was zurücklegt für wirklich schlechte Zeiten die bestimmt auch wieder kommen werden und also ganz ehrlich das wäre ja bei mir nicht anders mal angenommen keine Ahnung Stonewalls macht jetzt über die Affiliate-Links auf einmal viel mehr Kohle als im letzten Jahr so dann gehen wir ja auch nicht hin und sagen auf einmal den Leuten hey stopp 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 bitte nicht mehr auf unsere Affiliate-Links klicken wir haben genug sondern dann denkt man sich auch oh ja wer weiß wie es nächstes Jahr ist das nimmt man lieber mal noch mit so also ich glaube dass also so handelt man halt als Unternehmen und klar also wir verkaufen jetzt nichts ist jetzt nicht so dass wir jetzt irgendwie Preise erhöhen würden oder so aber im Endeffekt ist es ja ein ähnlicher Mechanismus natürlich nimmt man es mit wenn es mal gut läuft vor allem und das macht Lego natürlich auch das Ding ist halt auch gerade wie also wollen wir mal ganz klar stellen äh wir sind ein sehr sehr kleines äh Unternehmen was das angeht äh und bei Stonewall im Vergleich zu Lego sind wir wohl eher klein ja ein bisschen ähm aber das Ding ist halt auch ähm wenn man zum Beispiel jetzt etwas mehr Geld einnehmen würde ähm dann wäre das auch nur die Sicherheit dass man länger arbeiten kann bis es mal eine schlechte Phase gibt und schlechte Phasen kommen nun mal es gibt immer Phasen wie das typische Sommerloch wo halt ähm Sachen nicht produziert werden wo wenig News da sind wo äh viel rausgeht oder so aus dem Sortiment auch oder so ähm was dann nach und nach einfach weg ist wo das Interesse einfach auch weniger ist weil die Leute in den Sommerferien ähm irgendwie lieber draußen in der Wiese sitzen auf der Wiese sitzen als im Wohnzimmer äh Lego zu stapeln das sind alles Sachen die sich über das Jahr verteilen und dann hast du halt die Sicherheit dass du trotzdem über den Sommer kommst ähm weil zu Winter vielleicht äh zwei Päckchen mehr verkauft werden und man über den Affiliate-Link profitieren könnte dazu ähm das ist halt auch immer so eine Sache und äh ich äh wollte ich gar nicht drauf raus egal ja ja also ähm ich also als ich das gehört hab ich hab mich ehrlich gesagt gefreut für Lego ich war vollkommen baff ich hatte mit guten Zahlen gerechnet aber nicht mit sowas überhaupt nicht ansatzweise mit sowas ich glaube selbst Lego war davon geschockt ja natürlich vollkommen also gut die wussten die haben das ja kommen sehen die merken ja im laufenden Betrieb wie gut es läuft aber ähm das ist äh also sagen wir mal so Stonewall ist nicht um also nicht im Vergleich zum Vorjahr um diese Zahlen gewachsen so das ist äh da hat Lego andere Märkte erschlossen das waren nicht alles wir Leute ich würde ja gerne sagen das waren alles wir aber waren wir nicht ähm also das ist wirklich ist wirklich unfassbar ich finde ich finde es cool Lego hat natürlich auch äh ganz geschickt eigentlich ich glaube ja kurz davor äh bevor sie die Zahlen veröffentlicht haben 150 Millionen Dollar angekündigt zu spenden äh an äh Covid Relief wie sie es nennen bei Kindern also halt so äh an Kinder die von von Covid betroffen sind genau Covid Hilfe mit Fokus auf Kinder so ähm haben sie halt irgendwie zwei Tage vorher glaube ich äh die Spende angekündigt und dann die Zahlen veröffentlicht das ist natürlich auch geschickt andersrum ist doof äh also kann man natürlich auch machen aber erst hey wir spenden schon mal und dann zwei Tage später so ach so ja übrigens wir haben den krassesten Gewinn aller Zeiten gemacht ja äh die genaue Auflistung findet ihr dann bei uns im Blogbeitrag da haben wir das aufgeschlüsselt da zeigt Lego auch genau was sie irgendwie äh ja so ein kompletten ein komplettes äh Financial Highlights Fact Sheet mit Income Statement Statement of Cashflow und Balance Sheet kann man sich alles angucken paar spannende Punkte kann man ein bisschen was rauslesen ähm ja äh lassen wir die Halbjahresergebnisse hinter uns und gehen auf den Flyer über äh gibt's ja in ähm äh in good old Germany nicht mehr so häufig äh schöne Flyer die mit vielen Sachen äh präsentiert werden ähm richtig in den US und A ist das aber noch ein bisschen anders da wird viel noch in den ähm Store Flyer reingedrückt äh gedrückt reingedrückt reingedrückt wollte ich sagen richtig in die Aktion reingedrückt ja über eine über eine haben wir ja schon gesprochen ja und das war der Griff in der Schlafsang genau der Griff in der Schlafsang und da gibt es aber noch ein Rebuildable Flying Car das ist Teil der Rebuild the World Kampagne und das ist so ja es fasst für mich zusammen was was Lego halt irgendwie für Kinder ist man baut irgendwie aus vielen bunten Teilen irgendwas Verrücktes weil man sie halt gerade rumliegen hat und ähm ja es hat jemand irgendwie auch in die Kommentare geschrieben sieht aus wie von einem Kind gebaut äh ja genau das ist glaube ich auch das der Hintergrund so das soll das symbolisieren ist jetzt sicherlich nicht die krasseste Kartesbegabe die Lego jemals hatte aber wenn man halt eh was kauft kann man es vielleicht mitnehmen 18. bis 24. Oktober ab 120 Dollar Einkaufswert diese ganze Rebuild the World Kampagne ähm kommt ja auch momentan sehr sehr äh stark mit Werbung daher die halt auch so äh real life Bezug hat wo dann der Ritter äh nicht über den Fluss kommt und so sehr sehr lustig teilweise ähm fand ich schön also von daher ähm finde ich ist es auch ein passendes Set dann gibt es noch ein paar Polybags ähm äh wobei da äh also da ist nichts Neues dabei ich würde sagen müssen wir jetzt nicht groß drauf eingehen wenn ihr genau die Aktion wissen wollt wir berichten nochmal immer im Blog äh wenn was startet ähm und ansonsten lest euch den Beitrag durch das Spannendste neben dem Gryffindor Dormo ist halt dieses fliegende Car äh fliegende Auto weil es halt einfach ein Set ist aber an als Set gesehen ist es jetzt auch nicht so super ich finde wenn äh wenn das äh äh wenn Hermines äh Schreibtisch äh lange genug im Sortiment bleibt ähm könnte man den ja auch Anfang ähm äh Ende Oktober Anfang November ähm mit dem anderen GWP also mit dem äh das wäre schon schön wenn man da so für Harry Potter weil das halt auch äh für 40 äh US-Dollar erstmal so ja mit zwei GWPs dazu rausgehen fände ich schon nice ich sag ja auch mal zwei GWPs sind besser als ein GWP ja da ja hast du vollkommen ähm wenn du was bestellen willst bei Lego könntest du dir äh auch dein ähm dein deine Einkaufsliste mit Sachen aus der Steine und Teile Service Liste vollmachen dazu hat Jonas sich wieder hingesetzt und eine wunderschöne äh Zusammenstellung gemacht ähm da sind aber aber ganz kurz das zählt nicht fürs GWP mit leider das nur als Info an der Seite ja ähm da sind aber ganz viele schöne Sachen dabei ähm gerade was Minifigur Körper angeht ähm ist da wirklich da jagt ein Highlight äh das nächste und Käseecken mit Käseecken also Käse Käseeckige Käseecken ähm sind auch ein Highlight richtig teuer leider ja sind aber für mich trotzdem ein Highlight also ich mein absolut so so ein kleines Ding so zu bedrucken das also das ist ja auch schwierig also da muss es schon also da das muss Geld kosten das muss sich rechnen ne ist wurscht also ich find's einfach schön ähm äh von daher schaut mal rüber vielleicht könnt ihr was brauchen ähm klickt auf unsere Links oder linkt auf unsere Klicks ähm nun ja ähm dann würde ich sagen kommen wir zu den Leseempfehlungen ähm neben der gerade schon genannten Steine und Teilübersicht die ja auch quasi eine Lese beziehungsweise Bestellempfehlung ist haben wir aber auch ein paar spannende Beiträge äh über die wir jetzt nicht groß reden brauchen aber die wir euch trotzdem sehr ans Herz legen wollen äh für den für den kommenden Monat rausgesucht was hast du denn da so im Angebot für mich Rick ja es ging los mit einem äh wunderschönen Generationenvergleich der 7144 Slave 1 und der 75312 Boba Fett Starship ähm da kann man sich mal angucken wie äh ja der Wandel der Zeit zugeschlagen hat bei einem ähnlichen Größenformat ja ist aber das ist total subjektiv also ich verstehe jeden der das äh nicht so hat ähm ganz anders äh ist hier ein ähm ein Eldorado zum Plündern äh wie es so schön heißt ähm es gibt ein wunderschönes Mock äh ähm zu äh den ähm Blaurücken das 6276 Eldorado Fortress ähm genau also das wurde nachgemobbt genau in in schön in Optik für Erwachsene auf Stand 2021 und das hat David nachgebaut und es ist und ja es ist wirklich wirklich schön also äh im Prinzip ähm zeigt er so ein bisschen äh wie er das gebaut hat wie man irgendwie an die Teile rankommt äh und das ja viele schöne Bilder viele Details ein bisschen was gezeigt wie er das umgesetzt hat und so es sollte man sich unbedingt anschauen ist auch ein ganz ganz toller Beitrag geworden der auch äh rege diskutiert wird und das darf gerne fortgeführt werden ja sehr sehr schön äh macht Spaß und die Anleitung ist halt auch nicht besonders teuer finde ich also Preis-Leistung ist da schon neus ja und dann mein mein absoluter Lieblingsartikel mit einer kleinen Review diesmal ähm äh diese Woche obwohl ich man soll ja nicht man soll ja nicht ähm Favoriten haben aber äh die Review von Jens zu den Stunts-Motorrädern die finde ich so so toll ähm weil er einfach so schön kurz zeigt wie die Dinger funktionieren wie gut die im Praxiseinsatz auch tatsächlich funktionieren ich bin so begeistert davon ich muss mir unbedingt so ein Ding holen ich hab leider immer noch keins ähm und hat mal so ein Ding aufgemacht und die technische Funktionsweise gezeigt also einfach so präsentiert okay wie funktionieren eigentlich diese Schwungräder ähm wie kann man sich das physikalische Prinzip dahinter vorstellen und weil wir einfach die Hashtag beste Community haben ähm von unserem Leser Daniel haben wir dann auch Röntgenaufnahmen des Antriebs bekommen das ist einfach super witzig der hat das Ding wie ein Röntgengerät gepackt und äh ein kleines Lego-Motorrad gerönt und das sieht auch einfach äh spannend aus voll geil ja hab ich auch sehr gefeiert ähm was ich nicht so gefeiert hab ist dass mein Lieblingsset aus der Stunts-Reihe noch nicht äh dabei war aber ja 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 das ist also Lego hat da ein bisschen was verschoben intern ne also äh ich glaub die kommen dann erst im Januar raus anscheinend wenn ich's richtig verstanden hab es gibt von diesen Stunts-Motorrädern in den einzelnen noch nicht so viele ähm aber ich glaube äh ganz ehrlich das ist äh du brauchst kein keine Elektronik kein Handy kein Motor sondern das ist nur ne relativ einfache Technik die Dinger so ein Motorrad für 7 Euro ähm an der Kasse zu mitnehmen du hast coole Spielfunktionen es funktioniert zumindest Jens Review nach und auch dem was ich bisher von anderen Leuten gehört hab tadellos gut ähm ey ich glaube damit hat landet Lego einen kleinen Hit von der sonst so ja ein bisschen aus meiner Sicht durch Langeweile und Wiederholung geprägten Lego City Themenwelt oh das find ich jetzt hart wie du das sagst naja ich ich freu mich sehr 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 drauf ähm bin da ach schon schon ein bisschen heiß drauf also auf das eine Naja was ich haben will ich bin da relativ excited das Moskottchen hat auf dem äh das ist ja ein Hühnchen äh und das Chicken hat Egg als Ei excited auf dem Schwarz stehen ich hab war irgendwie bei einem Ex-Hai ein Fisch der früher mal ein Hai war ein Ex-Hai ist jetzt ein Dolphin geworden ähm allerdings gibt es dann auch noch ähm ähm eine weitere Leseempfehlung die ist allerdings von äh Jonas Kram äh und der hat ähm hinter die Lego Brickfilm Kulissen ähm nochmal äh schauen lassen und zwar äh ja zum zum Rotkäppchen und Goldlöckchen und gibt da so ein paar Insights und ähm ja hui wow ey der Typ kann einfach zu geil bauen ich kann den nicht leiden dafür ja das äh ja ich muss gerade kurz einen Kommentar beantworten sorry äh aber unbedingt Lese- und Anschauempfehlung ist ein ein sehr schöner Beitrag geworden ja sehr schöner Beitrag äh sehr schöne äh Filme auch und ähm äh ihr findet alles verlinkt in dem Artikel ähm ähm den ihr natürlich auch in unserer Linkliste zu dieser Folge ähm äh findet und diese Folge ist eigentlich jetzt damit am Ende wir sind durch ich bin ich bin ich bin ich bin auch wirklich ein bisschen müde jetzt ja ich weiß äh wir haben noch Rezensionen und äh da möchte ich tatsächlich gerne ähm noch eine äh ähm eine vorlesen ich glaube mehrere sogar oder wir müssen ja ich möchte eine vorlesen dann kannst du vorlesen achso ja aber vier Stück haben wir insgesamt oder kann das sein drei dachte ich nein oh ne vier vier wow vielen Dank was los was ist denn mit euch los endlich wieder äh Rezensionen als hätte man drum gebettelt ja dann lese doch mal vor was haha hamburg hpu schreibt ideal für lange fahrten ich fahre alle paar wochen alleine von hamburg nach münchen und seitdem ich den lego podcast höre freue ich mich auf die fahrten und ärgere mich wenn es gerade keine neue wenn gerade keine neue folge da ist aber ein paar alte folgen habe ich zum glück noch offen und noch etwas zur aktuellen jb spielwaren folge ich dachte bisher das ist eine große kette und habe sie wie amazon behandelt jetzt weiß ich dass es zwei menschen sind die einen sympathischen eindruck machen hat sich gelohnt und nur in einem nebensatz wurden die bestellbaren mocks dort auf der seite erwähnt das sollte im podcast häufiger berücksicht werden dann haben wir es doch jetzt noch mal erwähnt das muss dann reichen wir wollen nicht zu viel werbung machen ja vielen dank für die bewertung freut mich dass wir da ein bisschen Aufklärungsarbeit ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten konnten dingbricks schreibt nein toll nein nein ist ganz okay dingsbricks 10 schreibt toll ist ganz okay eine tolle bewerbung philip bewertet podcasts und schreibt unter dem namen philip bewertet podcasts abschweifung par excellence wer in kürzmöglicher zeit immer präzise die neuesten nachrichten hören will solltet die tagesschau in 100 sekunden abonnieren für alles andere gibt es den stonewars.de lego podcast schöne beschreibung das wäre meine folge stonewars lego news in 100 sekunden eigentlich eine coole content idee ja aber ich würde da nicht teilnehmen den macht man dann besser alleine da spiele ich dann einfach nur nachrichtensprecher es gibt noch eine weitere rezension von die der schreibt bester lego podcast zwischen siegen und wuppertal ich finde auch darüber hinaus immer dann besonders gut wenn henry zu gast ist timo und nando könnten auch mal wieder vorbeischauen können sie gerne wenn sie dann wölten ja wenn sie zeit haben ja ja ich weiß jetzt immer noch nicht ob wir einen neuen titel haben bei mir ist der arbeitstitel immer noch schwurbelig im kopf aber das seht ihr dann wenn ihr diesen podcast gehört habt dann wisst ihr schon dass der titel vielleicht ein anderer war genau weil in wirklichkeit heißt die folge ja gut also dann hoffentlich bis nächste Woche ist nicht bald Halloween dauert noch bis Ende des Monats ja das ist doch bald jetzt ist noch Anfang des Monats ist ja schon fast Mitte also wir fangen ja schon fast mit der Mitte an gut auf jeden Fall nächste Woche ist Mitte des Monats und dann sprechen wir darüber dass bald immer noch nicht Halloween ist sondern erst in zwei Wochen ich liebe Halloween und ich habe noch zwei Brickheads zu diesem Thema beziehungsweise eine kann man in dieses Thema rein machen ist eigentlich die aber ich würde sie trotzdem so ein bisschen in die Gruselszenerie reinstecken habe ich immer noch nicht gebaut wird Zeit wenn du jetzt nicht schaffst den Podcast mit mir abzumoderieren dann muss ich gehen weil ich muss so super dringend auf Toilette das geht euch überhaupt nichts an Nummer eins nein ich Pippi im Podcast sauschöner Titel hau rein machs gut tschüss tschau